In dieser Ausgabe des Chattercasts reden wir über die dritte Staffel von The Mandalorian. Warum uns die Serie noch Spaß macht, sie aber etwas unrund wirkt und teilweise nicht mehr so zusammenpasst wie noch die ersten beiden Staffeln und was das für die Zukunft der Serie bedeutet, all das besprechen wir in dieser Ausgabe der Ratssitzung. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen, es gab das Chattercast, heute mit Julian, Lukas und Kai-Georg. Wir haben uns heute hier zusammengefunden, um über The Mandalorian Staffel 3 zu reden. Die Staffel ist jetzt rum, die Serie noch nicht, leider, Fragezeichen, reden wir später drüber. Und wir wollen heute natürlich nicht über die einzelnen Folgen reden, weil das könnt ihr eine Rezension nachholen oder den anderen Star Wars Podcast, die jede Woche drüber geredet haben, sondern wir reden heute so ein bisschen über die gesamte Staffel, unseren Gesamteindruck und deswegen gleich die erste Frage. Was waren denn erstmal eure Erwartungen und eure Befürchtungen, vielleicht Befürchtungen nach dem Ende von Staffel 2 und auch diesem komischen Zwischending bei The Book of Boba Fett, was uns jetzt hier in der dritten Staffel von Mandalorian erwartet? Julian, was war so dein Eindruck, was war so deine Hoffnung, deine Wünsche, deine Befürchtung nach The Book of Boba Fett, muss man ja eigentlich sagen? Ja, nach dem Ende der zweiten Staffel, wo ja Grogu an Luke Skywalker übergeben wurde, war eigentlich so meine Hoffnung an die dritte Staffel, dass wir jetzt wieder ein bisschen mehr reinen Mandalorian sehen und erleben, also ein bisschen die Vorgeschichte erleben vom Mandalorian, der in den vorherigen beiden Staffeln immer so ein bisschen in Flashbacks angedeutet wurde, wer zu dem wurde, der er heute ist, zu dem Mann unter dem Helm. Genau, aber wie du schon angesprochen hast, gab es ja dann eben The Book of Boba Fett und da wurde es ja dann diese Abgabe oder dieses Loswerden von Grogu direkt wieder rückgängig gemacht. Grogu war wieder bei Mandalorian und ja, genau so ging es dann los in der dritten Staffel und das hat mir nicht, also schon, als es im Book of Boba Fett gezeigt wurde, hat mir das schon gar nicht gefallen, weil ich dachte, ah, jetzt war mal doch endlich diesen Grogu los, man konnte sich endlich wieder auf was anderes fixieren. Ja, und da war eigentlich meine Erwartung, war eigentlich gar keine vorhanden, also ich habe mich wirklich jede Woche hingesetzt, versucht die neue Folge zu gucken, manchmal hat es nicht geklappt, da musste ich dann drei, vier Wochen später drei, vier Folgen aufs Mal gucken, das hat dann ganz gut geklappt eigentlich, aber ich hatte eigentlich wirklich, muss ich zugeben, keine Erwartungen an die dritte Staffel von The Mandalorian. Ich habe es einfach auf mich zukommen lassen und dann geguckt, wie es mir gefällt, ja. Wie sieht es bei dir aus, Lukas, du hast ja auch einen Teil von Book of Boba Fett rezensiert damals, wie sieht es bei dir aus nach der Serie jetzt im Hinblick auf Mendo 3? Genau, also ich hatte mich eigentlich nicht darauf gefreut, weil Book of Boba Fett und Obi-Wan Kenobi für mich recht durchwachsen waren, wie hinlänglich bekannt ist und da kam Endor Ende letzten Jahres und hat mich eigentlich wieder froh gestimmt, was die Serien anging und The Mandalorian, Staffel 1 zu 2, haben mich damals, als sie jeweils erschienen sind, also 2019 und Ende 2020 dann, immer ziemlich positiv zurückgelassen. Also ich bin ein ziemlicher Fan der Staffel gewesen und dachte, jetzt geht das Urgestein der Star Wars Serien weiter, hoffentlich auf einem ähnlichen Niveau wie die beiden ersten Staffeln und deswegen habe ich mich eigentlich darauf gefreut und auch gehofft, dass Ahsoka vorbereitet wird, bis zu einem gewissen Grad, was ja, wie wir jetzt wissen, im August erscheinen wird, als nächstes Projekt aus dem Mandoverse. Genau, und das sind die Erwartungen, mit denen ich so reingegangen bin. Und was hast du dir erwartet, Karl-Georg? Also ich hatte jetzt auch nicht so große Erwartungen, also ich mochte die ersten zwei Staffeln auch sehr, war jetzt auch von Kenobi, bin ich auch noch sehr durchmischt, also ich mochte viele Sachen, aber viele Sachen mochte ich halt auch nicht so und dachte, Mando war für mich halt immer so, das ist so das Steckenpferd, das funktioniert. Und darum, muss ich sagen, war meine Erwartungen leider auch etwas enttäuscht dann, weil wenn wir überlegen, wie Staffel 2 endete, war das ja eigentlich schon ziemlich düster. Also ich fand die Idee mit Grogu Wegbringen ziemlich gut, aber es endet halt noch mit diesem offenen Konflikt zwischen Bo-Katan und Mando und ich fände es ja schade, dass die alles rückgängig gemacht haben. Ich hätte auch sehr gerne gehabt, dass nochmal mehr auf diese Hemmdebatte eingegangen wäre, aber nicht im Sinne von, dass Dinn jetzt alles macht, um wieder zurückzukehren, sondern ich hätte es interessanter gefunden, wenn das jetzt bei ihm so im Kopf so eine Debatte angestoßen hätte, ob er sich da vielleicht fortentwickeln könnte. Also das hat mir ja ziemlich gefehlt, dass das da, also die Entwicklung ging in die andere Richtung. Genau, aber da kommen wir glaube ich noch später zu. Also ich fand die Staffel hatte viele gute Ideen, aber die Umsetzung hat dann flink manchmal ziemlich gehapert oder man hat sich nicht genug Zeit genommen. Also ich glaube, der Zeitaspekt war so eine Sache auch, aber ich glaube, da kommen wir auch noch zu. Ja, also ich habe damals, also ich muss immer wieder darauf verweisen, ich weiß gar nicht, habe ich ja schon mal einen Podcast gehabt, egal. Ich verweise nochmal darauf. Wir haben damals ja am Ende der Staffel 2 gesagt, es ist ein richtig guter, mutiger Schritt, dass sie jetzt Grogu weggeben, obwohl sie ja wissen, dass er so beliebt ist und quasi das ganze Merchandise mit ihm verkauft wird und so, weil es der Story zuträglich ist. Und dann kam The Book of Boba Fett. Und dann mussten wir unsere Lobeshymnen wieder ein bisschen zurücknehmen und das hat sich jetzt auch nicht geändert. Also ich muss sagen, mir hat einfach die emotionale Tragweite vom Ende der zweiten Staffel hat sich nicht rüber transportiert in die dritte Staffel und ich habe auch nicht so viel davon erwartet, genau deswegen, weil halt The Book of Boba Fett alles, was eigentlich so im Finale war, rückgängig gemacht wurde. Und zwar auch noch nicht in der eigenen Serie, sondern Grogu läuft einfach in der ersten Folge wieder mit ihm rum. Und ich dachte so, ja, das ist jetzt schon ein bisschen komisch irgendwie, aber gut. Deswegen, ja, meine Erwartungen waren nicht hoch, trotzdem habe ich mich jede Woche, beziehungsweise auch bevor die Serie dann rauskam, sehr darauf gefreut, was ich mir immer noch nicht so richtig erklären kann. Aber es liegt wahrscheinlich einfach daran, dass Mandalorian 1 und 2 halt damals bei mir sehr gut gefallen haben. Deswegen habe ich auch vielleicht, da war wieder, ich habe mich ja damals auch auf Episode 9 gefreut. Ich meine, jeder macht mal Fehler. So, aber das möchte ich jetzt nicht vergleichen hier mit Mandalorian oder so. Ich meine so von dem irrationalen Freuen auf Sachen, wo man eigentlich es besser wissen müsste nach gewissen Ereignissen, wie halt hier jetzt mit Book of Boba Fett. Wobei ich muss das so sagen, ich habe mich auch jede Woche gefreut. Also ich war auch von den, also die Staffel war durchwachsen, aber auch, egal, auch wenn die Folge davor nicht so gut war. Ich habe immer gedacht, vielleicht wird es ja besser. Also die Spannung war da jede Woche. Dann auch vor der Rumi hinsetzen, zumindest den Anfang zu schauen und im Notfall den Rest im Bus fertig zu schauen. Aber warten wollte ich ja dann auch nicht. Also, das ging dann schon. Jede Woche Live-Action-Star Wars. Genau, also das ist wahrscheinlich einfach, dass halt jede Woche Star Wars-Content, das ist halt das nicht so. Wobei ich ja ein bisschen problematisch fand, dass das parallel zu Bad Batch war. Weil dann war halt der morgens die Entscheidung. Und da Bad Batch ja teilweise sehr durchwachsen war, war für mich die Entscheidung relativ schnell klar. Und auf einmal haupt bald Batch da so viele gute Folgen raus. Und dann war das dann jedes Mal im Nachhinein so, ja gut. Wäre ich auch umgekehrt. Aber gut, das ist nochmal eine andere Sache. Gut, dann lassen wir uns mal zum Staffelauftakt kommen. Die erste Folge sozusagen. Da war ja sehr viel drin. Sehr viel angerissen. Und auch ein paar fragwürdige Entscheidungen, wenn man mich fragen würde. Aber ich will mich gar nicht so sehr selber fragen. Ich habe es ja schon alles aufgeschrieben. Das heißt, Julian, wie hat dir denn der Staffelauftakt gefallen? Mit den ganzen Schauplätzen? Wir klappern alles ab und gucken mal, was so auf uns zukommt im Rest der Staffel. Also die erste Folge, die hat mich eigentlich direkt gecatcht. Die fand ich gut. Da gab es so einen... Ja, einen Namen kann ich mir aber nicht merken. Navarro heißt, glaube ich, der Planeten. Auf dem die ganzen drei Staffeln immer wieder ein Abstecher gemacht wurde. Und dann auch direkt hier wieder in der Eröffnungsfolge. Wo wir dann sehen, wie die Stadt gewachsen ist. Also wie sie floriert, im wahrsten Sinne. Und dann haben wir aber auch direkt diese Piratenbedrohung. Und dann diese Auseinandersetzung von Mando mit den Piraten. Und dann kriegen wir noch diesen Käpt'n da präsentiert, der wie so ein Sumpfmonster aussieht. Da hab ich mir schon gedacht, oh mein Gott, was wird das für eine verrückte Staffel? Die wird irgendwie ganz anders als die letzten zwei. War so mein Gedanke. Wie sieht's bei dir aus, Karl-Georg, beim Staffelauftritt? Auch so IG-11 und so? Da sprich ich uns direkt an. Also eigentlich mochte ich auch die erste Folge. Es war vielleicht etwas sehr viel. Aber es hat gute Anfänge für vieles gemacht. Aber mit EG-11... Die Serien haben aktuell so diesen Trend, dass jeder, der stirbt, überlebt irgendwie. Sei es jetzt Cobb-Vant oder so. Und das nimmt so diese Tragweite von ihren Toten raus. Und ich find's auch blöd, jetzt Qui-Gon gegenüber, der Einzige, der wirklich onscreen gestorben ist und nicht wieder zurückkehren durfte. Außer das Geist und der Rest hat's geschafft. Ich find, das nimmt halt so die Tragweite der Charaktere raus. Und auch mit EG-11. Ich find das... Natürlich fand ich schade, dass er gestorben ist. Das fand ich bei vielen Charakteren und so. Aber da muss es auch gut sein. Also was halt, find ich, auch sehr komisch war, das wird dann irgendwie fallen gelassen. Das dann fünf Folgen lang ging gar nichts mehr darum. Da war ich am Ende wieder. Aber ich fand's gut, dass die auch mal selber gesagt haben, es ist halt nicht möglich. Aber ich mochte auch sehr... Also dieses Feuerwerk zum Bunter Yves zu sehen, das ist auch einmal erwähnt worden, fand ich sehr schön, dass wir mal Kavela sehen können. Ich weiß nicht, ob die Klonus überhaupt erwähnt wurde. Also so Sachen fand ich klasse. Aber ein bisschen mal Worldbuilding zu machen. Was mich auch ein bisschen gewundert hat von der Logik her, die fliegen nach Kavela, was direkt bei Mandalore liegt. Und von dort nach Tatooine zurück, um von dort dann nach Mandalore zu fliegen. Und das fand ich etwas... Also Sprit ist wohl günstiger bei dem, ich weiß nicht. Aber das ist jetzt wirklich noch hohen Niveau. Der N1 ist ja schnell. Ja, trotzdem. Also aktuell arbeitet Mando ja nicht. Irgendwo muss er... Wurde bezahlen er seine Rechnungen aktuell. Aber wie gesagt, das ist wirklich noch hohen Niveau. Aber die erste Folge mochte ich auch. Auch wenn ich nicht mit einem ganz zufrieden war. Ich fand's nett gemacht. Und die Varro... Also besonders im Vergleich zur ersten Staffel fand ich das sehr schön zu sehen. Weil da war das ja wirklich so ein Drecksloch. Und da jetzt halt wirklich da was Positives drin zu sehen. Ich mochte die IG-8... Äh, IG... 11. IG-11. IG-88 war es. Episode 6. Die IG-11-Statue. Das fand ich einfach eine sehr schöne Hommage an ihn. Da muss ich kurz mal zwischengrätschen. Auf Nevarro gibt es nur diese eine Stadt. Oder gibt's da noch andere Siedlungen? Wir sehen nur die eine Stadt. Wobei ich... Bei der ich immer beeindruckt bin, wie schnell die sind, um die so schön aufzubauen. Also ich meine, so viel Zeit ist ja nicht vergangen seit... Ja. ... seit der Befreiung durch das Imperium. Und jede Staffel sieht ja aus, als ob sie irgendwie 10 Jahre Development hatten. Ähm, wobei es wurde ja, glaube ich, gesagt, dass... Also ich weiß jetzt nicht, wie man da wie glauben soll, aber dass da schon so ein paar Jährchen... Also vielleicht ein, zwei Jahre vergangen sind. Also gut, da sind die immer noch sehr flink unterwegs. Aber wahrscheinlich, wenn halt Geld da ist, sind ein paar Investoren, dann geht sowas vielleicht relativ schnell. Ja, aber warum investiert man denn in Nevaro? Was hat das für eine Wirtschaft? Ich glaube, das ist einfach so ein Drehkreuz. Wahrscheinlich, weil die nicht zur Republik gehören, haben die vielleicht niedrigere Steuersätze oder so. Also die, die potzen sich ja auch damit, dass die halt außerhalb liegen. Und das ist halt das Günstige. Ich vermute jetzt nur, aber vielleicht einfach nur deswegen, dass man da tanken, landen kann, was zu essen holen kann. Und dann... Also, ja eben, das ist ja die Frage, weil wenn man einen Zwischenstopp machen muss, als Drehkreuz, warum kann man nicht einfach dran vorbeifliegen? Also, das habe ich mich halt immer wieder gefragt, was hat eigentlich dieser Planet, dass da so viele daran interessiert sind oder sich da niederlassen wollen überhaupt? Ja, also, was man sieht, hat es ja nichts zu bieten, außer halt der lokalen Bevölkerung selbst, weil die halt auch leben wollen. Aber so für ein, wie sagt man, nicht globalisiert, sondern für den internationalen Handel, gibt es ja nichts. Deswegen war der vorher diese Militärbasis. Ich glaube, die Frage ist schon wieder zu... ...tief gehen für das Mendo-Skript. Nein, aber ich meine, weil du dich ja damit beschäftigt hast, wie diese Stadt so schnell wachsen kann. Ja, ja, ja. Das stimmt. Das ist aber auch unabhängig davon, wenn sie noch so viel Geld hätten, ein bisschen komisch, weil... Ja gut, sie haben aber auch gesagt, sie haben jetzt diese Expanse-Typen da, also die Gürteler, die da irgendwelche Asteroiden ausnehmen und da irgendwelche Rohstoffe holen. Ah, stimmt, genau. In der ersten Folge, das war ja noch so ein Thema. Das war in der ersten Folge. Von dem man nie wieder was gesehen hat. Genau, stimmt. Das nahegelegen Asteroidenfeld. Genau. Ja, danke, genau. Und der Mendo hat quasi dazu beigetragen, diese Operation noch ein bisschen schlechter zu machen, indem er die Piratenschiffe da reinstürzen lässt, wenn er sie abschießt. Das war sein Beitrag zu Nevarus' Aufstieg. Aber ansonsten hat man davon nicht mehr so viel gehört. War dann auch gar kein Thema mehr, das fällt mir gerade zu Ende der Folge 5 an, in den die Piraten angegriffen haben. Also, hat man nicht irgendwie gehört, oh Gott, die Gürtelstationen wurden irgendwie zerstört, oder hat man daraus gehört? Stimmt, ja. Nee, nee. Das wurde übergegangen. Das war nur für Folge 1 wichtig. Ja. Und ich glaube, der Planet hat auch erst seit dieser Staffel ein Asteroidenfeld. Also, von daher, wenn man es braucht, hat man es. So. Genau, je nachdem, wer es schreibt. Genau. Noch so eine generelle Frage, bevor wir dann so ein paar Story-Abschnitten kommen. Wie sieht es denn beim Pacing der Staffel aus? Also, hat sie sich für euch so, wie hat sie sich für euch angefühlt? Rund? Abgehackt? Chaos. Holprich. Ja. Es gab einige... Oh, sorry. Kai-Georg? So. Es gab einige Folgen, da fand ich, verging das viel zu langsam, weil das Filler war. Und dann jetzt Folge 7, da war Inhalt für drei Folgen drin. Das fand ich halt, also, wo die auf meine Leute gelandet. Da hätte man, finde ich, deutlich mehr draus machen können und ein bisschen mehr Zeit für die Charaktere verwenden sollen. Dann so andere... Also jetzt zum Beispiel die Folge, wo Ragnar entführt wurde von seinem Flieg... äh, vom fliegenden Viech da... Ich finde, das hätte ich nicht gebraucht. Weil, also... Es hat vielleicht den Charakter ein bisschen eingeführt, aber ich finde da... Es hat halt die Geschichte nicht wirklich vorangebracht und auch die Hauptcharaktere gar nicht entwickelt. Ich hätte es auch besser gefunden, hätte man da wie ein Ender mit Parallelhandlungen gearbeitet. Also die dritte Folge, die Politikfolge, fand ich ziemlich gut. Aber es war dann auch sehr viel davon. Ich hätte es besser gefunden, hätte man einfach diese Geschichten parallel erzählt, über mehrere Folgen. Und dann hätte man das auch ruhiger entwickeln können. Dann wäre das halt nicht so ein starker Stilbruch gewesen, weil die Folge hat ja... Das ist ja außen kurz Mann und in der Mitte wieder was komplett anderes. Also das hätte man vielleicht organischer zusammen machen können. Dann wäre das vielleicht auch mit dem Erzählfluss angenehmer gewesen. Aber so war das... Ja, man hätte, finde ich, einige Folgen sehr stark zusammenkürzen können und dann den Inhalt erweitern können. Aber ja, auch jetzt mit der Fliegerfolge da, die Grogu auf Kausland fand ich klasse als Szene, aber das war dann halt kontextlos etwas. Und man hat das Gefühl gehabt, wir brauchen irgendeine Folge, um zu erzählen, warum wir das erzählen. Ich finde, dann hätten die das woanders einbauen können. Warum war es deine Meinung nach holprig, Lukas? Ja, mit aus denselben Gründen. Also ich habe das Gefühl, die Folgen, die am egalsten waren, nämlich Folge 3 im Prinzip, mit Dr. Pershing auf Kausland und Folge 6 mit, oh Gott, Klasir 15? Ja. Hieß es so, ja. Das waren genau die Folgen mit der längsten Laufzeit, die aber am wenigsten fürs Gesamtding gebracht hätten. Also ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, wenn Folge 3 komplett fehlen würde, würde sie nicht fehlen. So, also wir hätten am Anfang von Folge 7 dieses kurze Gespräch zwischen Moff Gideon und seiner Spionin und das war's. So, dann erfahren wir genauso, was mit Dr. Pershing passiert. Oder mit einem Satz mehr. Da brauchen wir nicht eine komplette Folge, die dieses Amnesie-Programm vorstellt. Zumindest nicht unbedingt in dieser Serie und in diesem Kontext. Also wichtige Sachen viel zu kurz, viel zu schnell abgehakt und ja, Sidequests dann so unglaublich ausgeführt. Ich weiß nicht, wie es wirkt, wenn man es jetzt am Stück schauen würde, also wenn man die Staffel jetzt bingen würde, aber ich glaube nicht, dass das viel macht vom generellen Pacing. Aber ich glaube, Folge 3 brauchen wir als Zuschauer für das angesprochene Worldbuilding, um zu sehen, wie, dass die neue Republik tatsächlich auch ihre Probleme hat. Als Hinleitung dann eben, die wir, wie wir es jetzt schon wissen, dass ja bald wieder Fallen zerstört wird und die Erstordnung an die Macht kommt. Aber dass wir quasi da schon so einen Prozess dahin sehen und auch nachvollziehen können, ach komm, also so perfekt ist ja die neue Republik gar nicht. Die hat ja auch noch krass Fehler und Fehlentscheidungen getroffen. Ja, ich glaube, das ist der einzige Grund, warum überhaupt Episode 3 da ist. Ja, aber in Verbindung mit Andor so ein bisschen diese Coruscant-Geschichte weiter auszubauen. Wie war der Verlauf? Wie ging es danach weiter? Genau, das war ja in dem Sinne neu für Mando als Serie. Das ist eben für eine fast komplette Folge Mando und Grogu verlässt und uns was komplett anderes erzählt. Und deswegen hat es sich, glaube ich, so seltsam angefühlt, weil es in der Serie The Mandalorian für mich so merkwürdig platziert wirkte oder wie so ein plötzlicher Stierbruch. Vielleicht wäre es anders, wenn Folge 5 und 6 das auch gemacht hätten. Vielleicht würde es sich dann anders einführen, wenn wir so Anthologie-episoden-mäßig unterschiedliche Stellen in der Galaxis gesucht hätten und das mit Mando und Grogu immer drumherum erzählt bekommen hätten. Aber so für eine einzige Folge fand ich es einfach ziemlich komisch. Ja, da stimme ich dir absolut zu. Also ich habe mir auch nach der dritten Episode gewünscht, dass so etwas noch öfter kommt und war dann eigentlich wieder enttäuscht, dass es nicht nochmal durchgezogen wurde, dass man noch mehr parallele Handlungen erfährt. Ja, also ich muss sagen, mir hat ja die dritte Folge gefallen. Also da hätte ich mir, wie gesagt, auch mehr gewünscht. Mir war es halt dann nur im Kontrast immer so ein bisschen. Also ich habe halt auch aufgeschrieben, jetzt so im Gesamtblick auf die Staffel, wir haben eine ganze Folge, in der es darum geht, wie Pershings Gedächtnis ausgelöscht wird. Und dann haben wir aber 5 Minuten am Ende von Folge 6, in der das Dunkelschwert zurück in die Hände von Bokatan kommt. Wo du dir halt so denkst, ja, was davon ist jetzt eigentlich die wichtige Handlung? Und was ist eine Nebenhandlung? Und das ist das, was ich beim Pacing halt so im Gesamtblick ein bisschen schade finde. Obwohl mir die Folge an sich dann auch Spaß gemacht hat. Nur so im Gesamtblick auf die Staffel war es für mich dann halt, wie ihr schon gesagt habt, nicht so richtig rund einfach. Ja, das stimmt. Da wurden die eigentlichen Elemente, die für Mando relevant sind, eher abgehandelt und abgehakt, so nach der Strichliste. Okay, ja, stimmt, das müssen wir noch abhaken und hier müssen wir vorbei und da müssen wir noch durch. Das längste Thema, was Mando wirklich allein betraf, war die zweite Folge, in der er versucht, das Wasser zu bekommen. Das war so die ausgestreckte Mando-Folge für dieses eine Ziel. Und ansonsten war es immer eher so so ein Nebending, so nebenhandlungsmäßig. Ja, wir brauchen Grogu-Erinnerungen. Okay, dann machen wir das, aber wir retten gleichzeitig im Großteil der Folge noch den Sohn von Passwissler. Das war halt so, ne? Ja, das stimmt. Immer so in die Seitenlinie irgendwie geschoben. Aber gut, da kommen wir schon zu unserem Lieblings kleinen grünen Kerl, Grogu. Wir haben ja schon kurz bei der Erwartung drüber geredet, aber so was Richtiges zu tun hat er eigentlich nicht mehr, oder? In dieser Serie, also zumindest in dieser Staffel. Nein, 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 nein. Ja. Das war eine IG-11-Anspielung. Das hat jetzt ein bisschen gedauert, aber gut gemacht. Nee, also er hat überhaupt nichts zu tun. Ja. Nee, gar nicht. Man kreiert dann so eine Geschichte, dass er jetzt ja auch in diesen Kult aufgenommen wird, aber da ist er ja auch nur passiver Akteur und mit ihm wird agiert. Ja. Oder auf Kommando agiert er dann mal kurzzeitig. Aber es ist jetzt nicht aus seiner Intention heraus, ja, ich bin jetzt Mandalorianer und Moment, hier trainieren wir, da mache ich jetzt mit. Sondern auch da erst wieder auch anfeuern, okay, du musst mal mitmachen, ja, okay, dann mache ich jetzt einen Trick und dann reicht es aber auch wieder für die letzte Staffel. Also ich fand es schön, dass er dann offiziell... Das fand ich auch ein bisschen schade. Sorry? Nee, Entschuldigung, war fertig. Ich fand es schön, dass er jetzt offiziell adoptiert wurde, aber wobei ich auch eh das Gefühl hatte, dass das für DIN schon von Anfang an, also Staffel 1 mehr oder weniger schon sein Sohn war. Also da war ich jetzt überrascht, dass das jetzt so spät erst kam oder ob er da Zeugen braucht für die Adoption oder so, aber ich fand es nochmal sehr schön, diese Familienbande zwischen den beiden, dass das gestärkt wurde. Was hat doch mal dieses... Das fand ich auch, Tobi, in deiner Rezension so schön geschrieben, von wegen, dass du kurz Angst hattest, dass wir jetzt in der vierten Staffel die Jagd nach Krogus Eltern, das ging, als es erwähnt wurde, von wegen, ja, nur seine Eltern können ihm die Erlaubnis dafür geben, oh nein, jetzt geht er auf, das ist der nächste Make-up, mit dem hinterher gejagt werden. In der zweiten Staffel suchen wir die Jedi, jetzt suchen wir in der vierten die Eltern. Genau. Dann findet er die Eltern, übergibt Kroku und dann holt er ihn doch wieder ab. Ja. In Book of Boba Fetch, Staffel 2 aber. Genau. Ja, das ist halt das, ne, also, wie ihr schon alles, alles, was ihr angesprochen habt, stimme ich zu und das ist, ich meine, man hätte es ja einfach verhindern können. Also man hätte ja wirklich das Finale so inszenieren können, dass Kroku da zurückkommt und seinen Vater rettet. Man hätte ihn wahrscheinlich die vorherigen sieben Folgen nicht vermisst und er hätte länger bei Luke bleiben können und man hätte ihn nicht in Book of Boba Fetch zurückgeschickt müssen. einen epischeren Auftritt gekriegt. Genau. Und wir als Zuschauer hätten gesagt, ja geil, da ist Kroku wieder. Da ist wieder, ja. Und nicht, oh nein, Kroku ist immer noch da und, ah ja, ist ja süß, wie er da mit dem Sumpffigürchen herumspielt oder so. Oh, und er hält das Feuer auf wie in der ersten Staffel. Da muss ich auch mal ein paar neue Tricks ausdenken. It's like poetry at Rhyme. Ja, das Problem, wenn es immer so selbstreferenziert wird wie mit IG-11 und so. Ja, das Ding ist halt, in Staffel 2 halt noch sehr cool, diese Kommunikation, wo er auf diesen Stein da gesetzt wird, wo er dann irgendwie nach Jedi sucht und dann irgendwie mit Luke Kontakt aufnimmt. Das fand ich noch, da gab es was Neues, da wird der Figur und der Macht an sich dem Mythos so ein bisschen was Neues hinzugefügt. Aber ja, jetzt in Staffel 3 war, da war überhaupt nichts. Da wusste man offensichtlich nicht, was soll man mit der Figur wirklich noch anfangen. Genau. Und ja, okay, sie ist jetzt halt da, jetzt müssen wir halt irgendwas mit ihr machen. Ja, er ist jetzt auch nicht so agil genug, deswegen bleibt er jetzt da zurück und dann hat er halt mal da ein Flashback, dann erzählen wir halt ein bisschen was aus seiner Vergangenheit, wenn die anderen Abenteuer erleben. Ja. Ja, das fand ich echt schade. Weil die Figur hat so viel Potenzial und man reitet es einfach zu Tode für nichts. Ich finde, man merkt auch, ich glaube, es war in so ein Interview, das waren Gerüche, dass das gar nicht geplant war, dass Grogu so früh wieder zurückkehrt. Und ich finde, dann konnten einige Sachen auch Sinn ergeben, dass Grogu da aktuell wirklich nur so eine sehr starke Seitenfigur ist und nicht halt so der Fokus ist, eben weil das alles für später geplant war. Ich verstehe halt nicht, warum. Also, ich kann natürlich verstehen, Grogu ist natürlich ein Magnet und natürlich, wir finden ihn alles süß und wenn er dann da sitzt und irgendwas isst oder irgendwie komisch guckt, dann ist das super niedlich. Aber ich glaube jetzt nicht, dass Mandalorian Staffel 3 weniger erfolgreich gewesen wäre, wenn Grogu mal nicht dabei gewesen wäre. Mal ein paar Folgen. Ich glaube, er die, wie Julian schon gesagt hat, die Überraschung und die Freude wäre viel größer gewesen, wenn er im Finale gekommen wäre. So, wow, er ist wieder da und rettet seinen Vater aus der imperialen Gefangenschaft und nicht den rettet sich selbst direkt am Beginn der 8. Folge. Aber generell muss ich auch sagen, dieses Finale, es hatte nicht diesen Oha, diesen Impact oder Oha-Effekt, nee, Oha-Effekt wie Staffel 2. Ja. Also, da hat man ja die ganze Zeit diese Bedrängnis gespürt und wusste gut, okay, auf die eine oder andere Art fürs Eskalieren, sei es zwischen Bo und Mando, sei es jetzt wegen den Dunkeltruppen und dann kam halt Luke da rein und da war es halt, die Gefahr war nie so ganz da. Klar, Gideon hat gekämpft und so, aber es, okay, ich glaube zum Finale kommen wir noch, aber ich, das hatte nie eine Bedrohungslage, fand ich. Das war irgendwie zu klar, die kommen da gut raus. Ähm, ja, also, aber da kommen wir noch dazu, da werde ich da noch ein paar Punkte dann zu sagen. Ja. Ähm, wo wir gerade beim, Entschuldigung, beim Finale waren mit Grugu, die einzige Wendung, die ich mir noch kurz vorgestellt hatte, ist, weil ja auch die Schmiedin sagt, er kann nicht sprechen, er kann den Kodex nicht aufsagen, da hatte ich auch kurz Angst, nein, bitte lass jetzt nicht irgendwelche Wörter sagen oder wie was, so dahin vor sich hin stammeln. Das wäre geil gewesen. Wir sind aber zum Glück auch nicht eingetreten. Ja. Also es waren so zwei Schockmomente, ne? Wir suchen die Eltern und er fängt es gleich an zu sprechen. Genau, genau. Das waren die zwei Schockmomente und zum Glück haben sie beides nicht gemacht. Ja, ähm, wobei das mit dem Sprechen ja auch schon angedeutet wurde. Ja. In der einen Folge, in der er fast This is the way gesagt hätte. Insofern hätte mich das fast weniger überrascht als die Eltern-Quest. Ja. Was hätte er beinahe gesagt? Äh, This is the way, also, das ist der Weg. Nach dem Hintergrund in der Folge war das? So gemurmelnd. Ach echt? Ja. Muss ich mal drauf achten. Hatte ich nicht wahrgenommen. War Folge drei oder vier? Ich weiß es gerade nicht mehr ganz genau. Als er dazugehören wollte zu der Gruppe an Mandalorianern wahrscheinlich. Ah, okay. Ja. Was ich auch so ein geiles Argument fand, äh, in der, in der vorletzten Folge. Keiner von, keiner von den beiden Seiten darf eingreifen in diesen Kampf. Und wer greift ein? Grogu. Aber theoretisch ist er ja eigentlich Teil der einen Seite, weil der ist ja eigentlich ein Kinderwatch. Er ist ja jetzt initiiert. Aber in dem Moment war er ja so halb Droide, also halb Cyborg. Er war ein Cyborg, ja, das stimmt. Aber für Grogu können wir nicht ganz andere Regeln als für alle anderen. Na gut, wo wir beim IG12 beziehungsweise 11 noch, noch sind wir bei 11, sind, äh, es war wirklich mit für mich die Entscheidung, die sich bei mir wirklich am negativsten durch die ganze Staffel gezogen hat. Äh, ich, also ich halte halt einfach nichts davon. Für mich war das halt damals so ein, so ein, so ein Ding mit, mit Quill und IG, das hat irgendwie zusammengehört. Und das war für mich so diese, diese Parallelschnitt im Finale der ersten Staffel. Quill stirbt und auch IG stirbt, weil IG quasi seine, quasi Quill ist in Droidenform. und weil er ja seine Personalität, äh, äh, Person, da rein programmiert hat quasi, um IG gut zu machen. Und jetzt will man ihn wieder zurückbringen und aktiviert ihn und plötzlich ist er böse und will alle umbringen und das hat irgendwie, weiß nicht. das Schlimmste, das Schlimmste, finde ich, ist der Grund, warum Mando überhaupt Ja. IG 11 wieder beleben will. Weil irgendwie die Mandalorianer ist ja in den letzten Jahrzehnten nicht ein einziges Mal geschafft, damit irgendeiner Sonde oder irgendwie unter diese Wolkendecke zu kommen und festzustellen, dass der Planet ja gar nicht verseucht ist. Ja. Also ich meine, die rennen immer in ihren Rüstungen rum, aber kriegen es nicht gebacken einmal irgendwie durch eine Wolkendecke. Also, wie krass ist dieser Planet geschützt? Weil das kam ja überhaupt nicht rüber. Es wurde immer nur gesagt, ja, da ist verseucht, wir können da nicht mehr leben und wir müssen ihn befreien und dann fliegt aber Mando da einfach unbehelligt hin, fliegt rein, landet ohne Probleme, wo du dich echt fragst, hä, ja okay, und was war jetzt da all die Jahre so schwierig, das mal zu überprüfen, ob das jetzt wirklich verseucht ist, ob man da noch leben kann, ob man es befreien muss. Das kam für mich absolut nicht rüber, warum Mandalore so wichtig ist oder warum es so eine Mission ist, dass jetzt alle im Exil leben und alle nicht zurückkehren können nach Hause. Weil es war ja nicht, die konnten ja dann am Ende alle ohne Probleme da hinfliegen, dort landen. Und Burkartal war ja auch nicht weit weg. Ja, es hatte ein paar Monster, die irgendwie aus, wie heißt der Film, die Zeitmaschine genau geklaut wurden. Aber ja. Nee, das ist dieser Grund, wir müssen die Atmosphäre checken, ich brauche dafür einen Droiden und dann nehme ich irgendeinen Killer-Droiden, weil das ist, es gibt ja sonst keine Droiden, die das machen können. Ja, genau. Das fand ich so an den Haaren herbeigezogen und so erzwungen und dadurch wurde es erst recht so traurig, warum muss es jetzt IG-11 wieder sein, der ja quasi sein Leben schon gegeben hat, warum muss man das jetzt so erzwingen, diese Handlung? Und wie du es auch in deiner Rezension geschrieben hast, der hat sich ja selbst zerstört, aber trotzdem ist irgendwie nichts von ihm verloren gegangen. Das war alles so konstruiert. Das konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen oder ja, wollte es nicht nachvollziehen. Ja, Lukas? Ja, zu dem Mandalore-Thema finde ich halt auch so dämlich, dass Bo-Katan ja im Prinzip direkt daneben war, also in ihrer Langeweile da doch selber mal irgendwas hätte runterschicken können. Und das seit Staffel 1 von Mandalore zurückerobern die Rede ist, haben wir nie gesagt, wovon und was ist da jetzt militärisch das Problem? Und dass Gideon da ja ist mit einer Basis und mit seinen Supertroopern, ist ja eigentlich auch eher dann eine große Überraschung, dass sie da von ihm Mandalore zurückerobern müssen, mit der sie ja vorher gar nicht gerechnet haben. Also das Writing, würde ich sagen, ist mit Abstand die größte Schwäche hier bei Staffel 3. So, über die wir uns noch ewig aufregen können, bei jeder Folge. Jetzt, wo du es gerade ansprichst mit Bo-Katan, das ist auch noch eine Sache, die mich sehr gewundert hat. Was macht sie den ganzen Tag, dass sie sofort verloren hat? Also, wo Ding das erste Mal vorbeikommt, da sitzt sie ja auf ihrem Trom, da kann man sagen, gut, sie hat sich fertig, also sie hat sich doch mal in Rüstung geworfen, alles drum und dran, weil sie Besuch hat, aber danach, wo Grogu vorbeifliegt, sitzt sie da auch die ganze Zeit rum. Da hätte ich mir gerne mehr Kontext gesehen. Was passiert da gerade? Also, warum ist sie da überhaupt ganz alleine drin oder nicht? Und das wirkte halt irgendwie sehr, sehr kontextlos, weil ich finde, da hätte man deutlich mehr rausmachen können. Das fand ich dann auch ziemlich schade. Ich meine, es wurde ja immerhin angeteasert, schon in der dritten Folge, dass auf Mandalore scheinbar jemand rumhockt, denn es ist ja, dass diese komischen Bomber und so ja gar keine Langstrecken, Dingsbums, gedödelt haben. Das heißt, die mussten ja irgendwo aus dem System kommen. Ich habe jetzt gedacht, die landen dann wieder irgendwo bei einem, oder die fliegen noch bei der Flucht an irgendeinem Sternzerstörer oder so vorbei, Mando und Co. Aber da hat man ja auch nichts gesehen. Das heißt, da hätte man natürlich schon das denken können. Aber was ich auch zustimmen muss, gerade bei dem Mandalore-Thema, also ja, es gibt einfach keinen guten Grund, warum man nicht schon mal früher da hingegangen ist, weil so schlimm war es dann und wurde ich auch nicht. Man musste halt mal durch ein bisschen Sturm durchfliegen. Also, das ist jetzt nicht Planet X, sozusagen. Von daher, ja, das habe ich dann wirklich auch nicht verstanden und auch gesagt habe, sie konnten ja nicht wissen, dass die Imperialen da sind und das dann quasi als Grund nehmen, dass es ja zurückerobert werden muss, was immer gesagt wurde. das ist auch ein Punkt, also wurde die mal gesagt, wann diese Nacht der 1000 Tränen war. Ist das nach der Schlacht um Endor? War das noch vor Episode 4? Wann ist das eigentlich passiert? Also, wie lange ist denn Mandalore da jetzt schon besetzt worden? Weil ich habe da nicht grob was gesehen. Also, komplett datiert ist es nicht, aber auf jeden Fall nach Rebels Staffel 4 und das ist eins vor der Schlacht von Yavin. Also, ungefähr maximal zehn Jahre vor der Handlung von Mandalorian. Aber ob während der alten Trilogie oder ob zwischen Endor und Jakku dazu haben wir noch nirgendwo was. Okay. Weil ich habe bis jetzt nicht ganz verstanden, ob das so eine Reaktion auf den Ereignissen aus Rebels war, weil die halt so einen Darin so wieder erobert haben oder ob das dann halt auch nochmal erst später kam in irgendeinem anderen Gründen. Aber gut, okay. Dann habe ich da nichts verpasst und dann gibt es das einfach, wo es noch nicht genau erklärt. Genau. Aber als Reaktion auf das in Rebels, wo ja die Mandalorianer und Bukata ziemlich gut dabei sind gegen das Imperium, würde ich es auch immer sehen. Kommen wir mal kurz zu IG-11 zurück. Der wird ja dann, nachdem man R5 nimmt, also, ne, plötzlich ist das Vertrauen in den Droiden nicht mehr so wichtig. Man nimmt einfach den Droiden mit der meisten Angst, den man finden kann und nimmt die mit auf diese Mission. Obwohl eine, ich sage es immer wieder und ich weiß, das ist vielleicht nur Nischenthema, aber es steht eine BD-Einheit bei Pelirum. Wenn ich irgendwas analysieren will und gucken will unter der Oberfläche, dann würde ich vielleicht den Archäologietroiden nur so als Vorschlag mitnehmen und nicht eine Astromech-Einheit. Aber gut. Aber ich habe das Gefühl, Foreshadowing-mäßig auf die spätere Episode vielleicht war sie beeinflusst, wenn sie die Möglichkeit hat, soll sie Mando den R5 mitgeben, damit die Neue Republik quasi eine Kommunikations- und Verfolgungsmöglichkeit von Mando hat. Weil später wird damit ausfindig gemacht mit R5. Wirkt Peli jetzt wie jemand, der ... Und sie beeinflusst, oh, hier, nimm R5 mit. Ja, gut. Das war für mich dann eher ... Das könnte man so auslegen. Wenn man so drüber nachdenkt, das ist für mich auch wieder eher so ein Writing-Ding, so nach dem Motto, woher weiß dieser Typ eigentlich, dass er R5 dabei hat? Also, woher weiß Teva überhaupt? Ja, natürlich. Also, aber ich glaube nicht, dass das von Peli geplant war als Masterplan, sondern es ist wieder eher so, wir brauchen jetzt irgendeinen Grund, wie Teva zu den Mandalorianern kommt. Ach komm, nehmen wir R5. Aber ja, auf jeden Fall wird IG später dann zu einem steuerbaren Droiden für Grogu umgebaut. Sein Kinderwagen. Ja, und was gibt es Schöneres, als in der Leiche eines alten Freundes rumzulaufen? Hm? Ja. Ist doch toll. In den Gebeinen. Ja. Wo ich mir immer gedacht habe, hm, was war jetzt so schlimm an der Kapsel? Also, ich meine, bis auf das IG halt ein bisschen fester zugreifen kann, was Grogu aber auch kann. Witzig. Das war nämlich auch der erste Kommentar, als ich die Folge mit meiner Freundin geguckt habe und sie sieht, ja, aber in der Kapsel war er doch viel schneller unterwegs und er hatte diesen Schutzschild. also, wie unangreifbar will man sich machen, ist die Kapsel perfekt. Aber wie angreifbar will man sich machen, dann setzt man sich in so ein lahmes, staxiges, großes Ding. Ja. Was nicht mal fliegen kann. er ist mit Mandalorian unterwegs und kann nicht mal fliegen. Aber er kann nun reden und ja und nein sagen. Das ging vorher nicht. Und er kann durch Wände gehen. Wenn er muss. Stimmt, ja. Ist die Story erfordert. Ja. Einfach nicht so gut, ist einfach nicht so sehr nachfragen, wie auf die andere Seite gekommen ist, um seinen Vater zu retten. Es ist einfach passiert. Aber apropos seine Kapsel, da habe ich auch immer drauf geachtet, gerade wo sie auf Mandalorian landen, weil Grogu sitzt ja hinten in dieser Glaskuppel, guckt raus und dann ist er plötzlich wieder bei Mando fahren, also muss da eben wo eine Verbindung sein, wo er rumtouren zwischen Glaskapsel und Mando. Aber wo kommt, wo kommt die Kugel her dann, wo er dann nachher drin sitzt? Wir sehen ja nie diese Transition quasi von Cockpit, Glaskuppel zu seiner, zu seinem, wie nennen wir es denn? Wie heißt denn diese? Seinem Kinderwagen, mit dem er rumfährt. Ich glaube, die kommt so unten raus aus dem Schiff. Also dieses kleine, schmale Schiff, was nicht viel Stauraum hat, hat ordentlich Stauraum, wenn es um sowas geht. Ja, ich meine ... Und kann ja noch hier ein Astromelch auch noch mit transportieren. Das funktioniert auch noch. Ja. Ich meine, zu Mando's Verteidigung, sage ich jetzt mal, hat IG-11 nicht, oder IG-12 dann am Ende nicht transportiert in dem N1, sondern nur den Kopf, weil sonst wäre das auch noch eine spannende Frage gewesen, wie er den auch noch da hingekriegt hat. Aber ich glaube, er hat nur den Kopf mitgenommen und hat dann den Anselanern gesagt, hier, bau den mal wieder zusammen. Und dann so getan, als ob er gerade erst angekommen ist auf Nevaro am Ende. Theoretisch braucht er nur diesen Gedächtnischip, oder was haben sie gesucht? Am Ende von Episode 1. Ja, das Problem ist nur, wo hat er die anderen Teile her? Also ich meine, scheinbar haben die Geweine ... Die gibt es anscheinend wie Sand am Meer. Nur die Köpfe nicht mehr. Ich meine, er hat sich gesprengt und trotzdem war der Droide wieder komplett als Denkmal da. Ja, da waren ja nur der Bauch und der Kopf übrig. Der Rest wurde ja irgendwie wieder reingekriegt. Ja, eben die Sachen, die eigentlich zerstört sein müssen. Ja, genau. Ausgerechnet die, die explodiert sind. Genau. Also der Sprengsatz drin lag. Der Sprengsatz ist in der Brust und der Tor so überlebt. Das ist nachvollziehbar. Logisch. Absolut logisch. Ja, ich habe in dieser ganzen IG-12-Geschichte einfach nur gesehen, ehrlich gesagt, wie Filoni seine eigenen Sachen da wieder reinpackt. Also wir wissen ja, er liebt Wölfe. Deswegen gibt es überall Wölfe. in Rebels und seine Figur mit Hut, sein New Republic-Pilot heißt Draper Wolf, wie auch sonst. Und er kommt ja aus der Anime-Ecke extrem viel und wurde ja von so verdammt vielen Anime, wie er immer wieder gesagt hat, inspiriert. Und Mechs, also steuerbare Roboter in verschiedenen Größen, sind ja bei Anime von allen Genres immer wieder so ein Ding. Also so wie ich das als Laie zumindest wahrnehme. Ich schaue nicht viele Anime. Aber als das mit IG-12 losging, war das einst, was ich dachte, ah Filoni, ja klar, ein Mech, was auch sonst, aus einem Anime. Ja, aber prima, die Favorit ist. Also ich meine, eher Iron Man. Ja, das sowieso. Aber eigentlich bei jeder Folge war doch John Favreau und Filoni diesmal drin, oder? Nee, Filoni nur bei einer Folge als Writer dazu. Okay. Nur bei Folge 5. Dann hatte ich das falsch. Oder 6. Ja, aber die Iron Man-Anspielung haben wir ja schon seit Staffel 1. Ja. Spätestens jetzt, wo Gideon mit seiner Mando-Rüstung Servo-Geräusche bei jedem Schritt und jeder Armbewegung hatte. Ei, ei, ei. Ja, ich war ja froh, dass wir überhaupt mal jetzt endlich einen Marshal haben bei Navarro, weil das Sicherheitsproblem dieses Planeten hat mich schon die ganze Zeit beunruhigt. Also nachdem Cara Dune gegangen werden musste und der Mando es nicht machen will. Ich weiß nicht, wie lange Kreef das noch durchziehen hätte können alleine mit seinem flinken Blast. Von daher, deswegen schon mal ganz gut, dass man jetzt am Ende das Ding IG 12 nennt und ja, war auch wieder eher so ein bisschen Nostalgie, die man innerhalb der Serie schon machen will. Was mir so ein bisschen zu, also ich meine, Nostalgie muss man sich auch ein bisschen verdienen, also eigentlich. Also jetzt irgendwie von der Serie, die 2019 rauszukommen, ist schon nostalgische Gefühle mit IG zu beschwören. Bisschen zu früh. Too soon, kann man so schön sagen. Aber gut, äh, haben wir das geklärt mit dem Druiden. Gut, äh, nach Coruscant, wie gesagt, hatten wir schon, ne, äh, wir hatten aber noch einen anderen Abstecher nach Coruscant, den ich übertitel hatte mit Simply the Best, äh, nehme ich den Rückblick von Krogu und ich muss sagen, natürlich war es cool, Ahmed Best als Keller und Beck zu sehen. Andererseits habe ich mich dann danach auch gefragt, wissen wir jetzt eigentlich mehr? Ich meine, wir wissen, dass er entkommen ist, das wissen wir vorher noch. und das wissen wir jetzt immer noch. Jetzt wissen wir halt mit wem. Aber jetzt sind halt neue Fragezeichen. Was ist denn danach passiert? Und damit ist einfach die Fragezeichen verschoben. Ein Mini-Einblick pro Staffel. Wie das Naboo involviert ist. Ja. Das Naboo halt geholfen hat, was ja naheliegend ist eigentlich. Eigentlich hätte Jar Jar... Ja. Und nächstes Mal sagst du das mal schon? Ja, es passt ja. Ich meine, Ahmed Best hätte ja eigentlich Jar Jar und, äh, Keller and Beck spielen können. Äh, hätte ja auch. Also, hätte ja an Bord sein können, Jar Jar. Und hätte auch helfen können bei der Rettung. Weil Padme ist ja nicht da zu der Zeit. Das heißt, eigentlich müsste ja Jar Jar, der Naboo Abgesandte auf dem Planeten sein. Immer zu zweit sie sind. Ja, ja. Ja, ich hab halt das Gefühl, in Staffel 2 haben wir das erste Mal erfahren, dass Grogu im Tempel war. In Book of Boba hatten wir dann den ersten Mini-Flashback. Und jetzt haben wir diesen Flashback ein bisschen ausgebaut bekommen. Also, je nachdem, wo wir Grogu dann wiedersehen, ob in einer anderen Serie oder ob in Mando Staffel 4, dürfte es da dann wahrscheinlich wieder so ein bisschen weitergehen. Also, so ein Flashback-Handlungssträum, der immer nur in Mini-Schritten pro Staffel fortgesetzt wird. Bin ich kein Fan von, aber irgendwie scheint es ja so gemacht zu werden. Insofern, denke ich, sehen wir Caloran noch mal wieder. Irgendwas muss ja mit ihm noch passieren, warum Grogu dann alleine ist und bei den Nikto oder was das war, unterkommen muss in der ersten Staffel. Und dann schließe ich der Kreis. Endlich. In Staffel 18 von Mandalorian haben wir die ganze Backstory von Grogu. Aber das ist, glaube ich, auch so ein Problem. In einem Interview hat ja auch Jean-Vavreau gesagt, der will so lange schreiben, wie er darf. Man merkt, also daran, dass da nicht ein Ende geplant ist. Nehmt ihn den Stift weg. Ja, okay. Also irgendwann. Ja, weil wenn man guckt bei Endor, das Ende ist klar, wo es Ende ist. Haben ja von Anfang gesagt, zwei Staffeln, nicht mehr. Wir haben unsere Geschichte. Das heißt, die haben mal was, worauf die hinarbeiten. Bei Mandor habe ich jetzt halt die Sorge, dass die jetzt halt zwar immer nach Staffeln planen, aber halt nie wissen, geht es jetzt weiter oder nicht. Und ich finde, irgendwann mal muss die Geschichte zum Abschluss finden und dann Zeit für entweder einen komplett neuen Handlungsstrang oder vielleicht auch neue Figuren. Ja. Und, ja. Aber eine Sache noch zur Chorassanz-Szene, da was mich überrascht hat, zu sehen, dass die Klone da problemlos das Feuer auf die Naboo-Leute da eröffnen. Das fand ich jetzt aus Klonensicht auch mal interessant, wieso diese Rechtslage ist auf Khorassanz. Ist das gut, das waren dann wohl Kollaborateure oder so aus Sicht der Klone, aber jetzt so dieser rechtssische Aspekt, das sind ja eigentlich Leute aus dem Diplomatenkorps, die da einfach von der Armee angegriffen werden. Also da fände ich auch mal interessant, ob es da dann doch so rechtlich was weiteres gegeben hätte auf Khorassanz. Die haben in dem Moment irgendwie Jedi oder Jedi-Befreundeten Schutz gewährt und in dem Fall waren sie dann auch direkter Feind. Ich glaube, da die Order 66, die zieht er keine Grenzen oder erweitert es sehr schnell. Der hat auch Day in Ordana wollte ja auch nur nach den Rechten sehen und wurde schon direkt bedroht und das sowohl ein Senator ist. Ja, aber okay, da habe ich das eher so verstanden, er soll nicht weitergehen. Ich weiß nicht, ob die den da direkt erschossen hätten. Na, wobei, aber nee, aber das fand ich mal, die haben zum ersten Mal wirklich gesehen, wie die Klone sich halt nicht nur gegen die Jedi, sondern halt das sozusagen weiterfassen. Das fand ich halt von der Thematik halt nochmal sehr interessant zu sehen. Also ich habe die Szene da sehr gemocht. Ja, wobei, da wäre ich halt wirklich sehr neugierig, ich war das so auf die normale Bevölkerung, dass auf einmal ein Kanonenboot durch die Stadt fliegt, irgendwer so ein Jedi versucht abzuschießen. Da hätte ich auch ein bisschen vielleicht mehr draus machen können, aber das war eine gute Szene. Also fand ich das einzig gut an dieser Folge da. Im Keller dann weg war sowieso klasse zu sehen. Ja. Gut. Was ich noch, was wir noch festgestellt haben, Lukas und ich, war mit, dass die, dass die Klone falsch synchronisiert wurden. Das hast du in der Rätzi geschrieben, dass es ein anderer Synchronsprecher gewesen ist. Ja. Während zeitgleich am selben Tag Badmatch neu kam, wo alle Klone von Martin Kessler weitergesprochen werden. Also ich, ja, fand das sehr, 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 und wünschte, wir hätten da mal eine Erklärung, warum das so war. Vielleicht war er nicht verfügbar bei Mando. Wobei das eigentlich auch keinen Sinn macht. Er hat ja auch Bowa gesprochen in Staffel 2. Ist das nicht sogar das gleiche Synchronstudio, das, also ich, das vermute ich jetzt mal nur, ob das das Bad Batch und, ähm, Mando macht? Oder sind das da komplett unterschiedlich? Wann hätte man denn ja einfach mal kurz von Bad Batch kurz mal nochmal drei andere Sätze gemacht? Das wäre jetzt nicht so viele Sätze gewesen, aber, das war schon ziemlich schade, dass sie das nicht gemacht haben. Gut, was wir sonst in der Staffel noch hatten, war die Ankündigung, beziehungsweise die Vorbereitung der Ahsoka-Serie. Mal subtiler, mal nicht so subtil. zum Beispiel hatten wir natürlich den offensichtlichsten in der siebten Folge mit Pallion und Thrawn. Ja. Was da noch kommen wird im Schattenrad, da hatten wir die Purgels und wir hatten die, äh, wir hatten Sepp. Wo ich mir so denke, Sepp, bis jetzt habe ich den gar nicht so sehr gesehen in den Trailern und so für Ahsoka. Vielleicht spielt er da gar keine große Rolle, deswegen hat man ihn bei Mando irgendwo hingestellt. Sagt dem Motto, hey, den gibt's auch noch. Weiß nicht, ob er bei Ahsoka dann mit wieder Teil der Crew wird, würd's mir natürlich wünschen, aber bis jetzt hat man so wenig von ihm gehört. Gut, er scheint ja sehr computergeneriert zu sein. Vielleicht ist das jetzt einfach nicht so der Typ, den man damit auf die Bühne schickt oder so bei irgendwelchen Pedals. Ja, frisst ja auch Budget. Ich fand's, ich fand's spannend, Sepp wieder in einem, in einer militärischen Funktion zu sehen, nachdem er ja eigentlich in Rebels einen recht abgeschlossenen Charakter hatte und sich mehr oder weniger zur Ruhe gesetzt hat mit den Überlebenden, das hat. Jedenfalls hatte ich das immer so gesehen und dass er jetzt eben als Pilot dann auch noch bei der Neuen Republik doch recht aktiv zu sein scheint, das hat mich schon überrascht. Aber ich mochte sehr die Anspielung mit den Pergals oder das hatte für mich eine sehr schöne mystische Atmosphäre in dieser Szene, da wo Grube sich das angeschaut und überrascht war. Aber das fand ich eine sehr, sehr schöne, also ästhetisch eine sehr schöne Szene und auch generell das mit dem Schattenrad fand ich klasse. Besonders weil Pelion sieht fast 1 zu 1 aus wie in den Bildern. Ja, witzig, das dachte ich mir auch. Also den haben sie klasse rumgesagt. Ich glaube, der hat nicht den gleichen Sprecher wie den Hörspielen, aber das ist jetzt Weckern auf sehr hohem Niveau, aber die Szene fand ich richtig gut, weil das hat nochmal wirklich gezeigt, das Imperium ist nicht weg und das halt Worn da halt schon nochmal ziemlich einschlagen wird, also was da in den Strukturen da angenommen da macht. Also da freue ich mich sehr drauf, wie es weitergeht und was wir da sonst auch sehen werden. Ja, absolut. Okay, dann haben wir noch die Sache mit dem Helm. Die darf man ja plötzlich abnehmen, zumindest wenn man Botschafterin wird oder von der Schmiedin zur Botschafterin auserkoren wird. Und das war auch wieder so ein Ding, wo ich halt, wo wieder dieses Pacing bei mir so das Thema war. Also wir haben dann nach, direkt nach dieser Enthüllung oder dieser Mission für Bokatan haben wir ja die Folge mit Blasir 15, wo es dann plötzlich um CSI Troid oder so geht und den thematisiert das nicht mal mit ihr. Also nach dem Motto, hey, finde ich ja ganz schön, dass du das darfst, aber ich mache jetzt hier irgendwie schon, ich habe irgendwie durch die ganze Galaxis geflogen, um nach Mendele zu kommen, um die Leben in Wasser zu finden, wurde fast ausgesaugt, damit ich wieder in den Kult darf, du bist fünf Minuten drin und darfst ihn dann gleich wieder abnehmen, weil du jetzt die Botschafterin bist, obwohl ich das Dunkelschwert trage und ich derjenige bin, der dich eigentlich hierher gebracht hat. Also da irgendwie ein bisschen mehr Thematisierung, ich meine, dass jetzt den nicht der ist, der auf Führung aus ist, ist ja schon klar, also derjenige ist, der halt große Führungsposition ist, logisch, aber zumindest mal so ein bisschen skeptisch zu sein oder zu fragen, hätte glaube ich auch nichts geschadet. Ich glaube, den ist einfach hörig und er hat den Kodex geschworen, das ist der Weg und damit zweifelt er ja auch nicht an, wenn die Schmiedin das erlaubt, dass sie als Botschafterin den Helm abnehmen darf, dann wird er das nicht anzweifeln mit, ne, das ist dann in Ordnung. Da würde er niemals von sich aus denken, Moment, ich durfte es nicht, weil er ist ja einen ganz, er hat einen ganz anderen Rang. Er verfolgt ja tatsächlich den Weg, er glaubt da ja da dran und die Bo, das weiß er ja selbst, sie ja überhaupt nicht und sie war ja auch nur deswegen Teil von der Gruppe, weil sie eben ihn gerettet hat und dann auch dabei im Wasser gebadet hat. Was auch so ein bisschen. ich, ich habe auch persönlich selber, stört mich das auch, dass er nicht nochmal überlegt hat, den Helm abzunehmen für Grogu, weil das wurde ja thematisiert, dass er quasi seinen eigenen Kodex gebrochen hat, einmal direkt für Grogu und dann aber auch einmal in dieser einen Szene, wo er es machen musste, aber dass er dann später da damit nicht so mit sich selber ringt oder ja, also mich persönlich als Zuschauer stört es auch, aber ich kann es auch nachvollziehen, dass er als Charakter in dem Moment ihn das nicht weiter stört, das kann, ja, das sehe ich absolut. Ich fand nur die Begründung ein bisschen abenteuerlich oder beziehungsweise auch wieder das Writing, dass Bo-Katan aufgenommen wird, weil sie seitdem sie den aus dem Wasser geholt hat, ihren Helm nicht mehr abgenommen hat. Also, ich meine, wir haben sie vorher gesehen, wie sie auf Mandalore sitzen und was zusammen essen, bevor sie in die Minen runtergehen und sie hat den Helm erst aufgesetzt, als sie ins Wasser gesprungen ist und ich hätte jetzt Bo-Katan eher so eingeschätzt, dass wir kaum wie sie aus dem Wasser hausen, nimmt sie ihn wieder ab und atmet erst mal durch und lässt sie nicht auf, während sie hochgehen und wieder ins Schiff steigen und dann zurückfliegen nach Mandalore, äh, zu dem Versteck der Kinder und dann stellen sie sich vor die Schmiede und sagen, ja, ich habe ihn seitdem nicht mehr abgenommen. Vor allem, sie hat ihn ja auch nicht abgenommen, als sie dann auf ihrem Schiff waren und dann noch das ganze Kampfding war, ne? Ja, aber Tobi, da musst du jetzt bedenken, das Skript hat es ja so vorgesehen, dass sie am Ende Nein sagt auf die Frage, ob sie den Helm seit er abgenommen hat. Sie als Person selber hätte das bestimmt gemacht, aber das Skript hat es ja nicht vorgesehen, sie musste ja Nein sagen können, damit er sagt, okay, dann bist du jetzt eine von uns. Ja, das kritisiere ich ja gerade. Ja, ja, eben, das finde ich auch schade. Ja, also ich kann mir halt nicht vorstellen, dass Bukat Tant das wirklich gewacht hätte, den Helm nicht abnehmen, irgendwie zwei Tage lang oder wie lange die da noch rum eiern. Aber gut. Aber das, was Julian da eben angesprochen hat, also das ist eine Sache, die mich auch in Staffel 2 schon gestört hat, dass da nie eine Diskussion darüber war, auch von Mando, dass er Zweifel oder sowas anfängt. Also gut, man hat es in seinen Handlungen dann gesehen, dass er vielleicht da was hat, aber da hätte ich mir so viel Diskussion, also da wäre so viel Spielraum für Diskussionen gewesen. Also wirklich philosophisch interessante Debatten, weil zum einen für eine Außenstehende wie Bukat Tant ist halt ein radikaler Kult, aber für ihn ist das so dieser Kult, den ihn gerettet hat, der ihn halt, der seine Familie ist und da kann man, glaube ich, aus der Sicht auch nachvollziehen, warum er da unbedingt wieder zurück will, aber da hätte es wirklich sehr spannende Diskussionen geben können und das finde ich ja schade, dass man da das Potenzial gar nicht ausgenutzt hat. Aber was ich dann interessant fand, war, dass man so als Warnsignal erleben kann, wie gefährlich so Kulte sein können, wenn Leute gerade alles verloren haben. Bukat Tant hat gerade ihre Heimat verloren und wird direkt in diesen Kult da eingeladen, wo man manchmal das Gefühl hat, dass sie sich da auch nicht ganz so unwohl fühlt. Das fand ich auch so interessant, also fast so, wahrscheinlich nicht so bösartiges Ausnutzen ihrer Situation, aber sie ist da halt ein Anfänger in dem Zeitpunkt gewesen. Aber das hätte man auch mal ausdiskutieren können. Ah ja. Ja. Das stimmt. Also diese Kultthematik habe ich, glaube ich, auch in der Rezension angesprochen, dass sie sie auch in ihrem Moment der Schwäche quasi greifen. Sie hat ihre ganzen Kollegen verloren, weil sie ihr Dunkelschwert nicht hat und sieht hier, hey, komm, setze ich meinen Helm nicht ab quasi und schwöre auf diesen komischen Kodex, bin ich voll dabei und alle mögen mich und bin wieder Teil der Mandalorianer. Ich glaube, das hat man ihr schon angemerkt in dem Moment. Ob sie das jetzt nur als Kalkül macht, weil sie dann später diese Vereinigung will oder ob sie das wirklich glaubt, ist dann noch dahingestellt, aber so manche Blicke in der dritten Folge, nee, vierten Folge deuten schon darauf hin, dass es vielleicht doch auch ein bisschen, dass es sie vielleicht auch ein bisschen anspricht. Aber nicht so viel über die vierte Folge reden, sondern eher über die sechste Folge und seinen Ausflug nach Absurdistan. Ich habe ihn ja kurz gerade angesprochen mit dem CSI-Droid. Ich meine, ich habe es versucht in der Rezension darzulegen, dass ich eine sehr gespaltene Meinung habe und immer noch nicht weiß, was ich davon halten soll und ich muss sagen, ich weiß immer noch nicht, was ich davon halten soll. Einerseits, war Star Wars in lustig, andererseits, dass es sich angefühlt wie eine absurde Clone Wars Episode. Ich muss zugeben, ich bin eingeschlafen bei dieser Folge tatsächlich. Ich habe noch mitgekriegt, wie Din und Bo losziehen, um Druiden zu befragen und dann bin ich wieder aufgewacht, als sie den Professor zurück in die Zukunft zur Rede stellen. Alles zwischendrin habe ich gar nicht mitgekriegt und ich hatte auch das Gefühl, ich habe gar nichts verpasst. Irgendwie, ja. Ich habe es natürlich dann nachträglich nochmal geguckt, musste natürlich die verpassten Szenen schauen und dachte mir dann auch, ja okay, wow, krass, sind wir jetzt bei The Clone Wars gelandet, muss man wieder ein paar Droiden einbauen, so eine alternative, wie sagt man, Weltanschauung und wie ein Planet laufen könnte und dann baut man auch da irgendwie so zwei Popstars irgendwie ein, die man, die famous sind, ja, da hätte es alles nicht gebraucht, also im Nachhinein, keine Ahnung, was mir die Folge sagen wollte, gebracht hat er ja nichts für die Staffel an sich oder die Handlung, also die große Handlung der Staffel. Ja. Außer dann die letzten fünf Minuten, ja genau. Weswegen wir überhaupt auf dem Planeten sind, aber dann hattest du das auch so schön in deiner Rezension formuliert, ich habe auch doch genau das gleiche gesagt, als es, ich meine, die zwei dürfen das ja überhaupt nur machen, weil sie ja Gäste sind und zu ihrem Kult gehört es ja, dass sie Waffen tragen, deswegen dürfen sie oder nehmen sie ihnen die Waffen nicht ab, aber die haben sie ja theoretisch gar nicht gebraucht einmal die Waffen, also eben die Befragung hätte man ja auch so einfach durchführen können ohne Waffen und dann hat man eben diese Söldner, einen Söldner drum vom selben Kult direkt vor der Haustür und das ist aber vielleicht der einzige Unterschied, dass das ja keine freiwilligen Gäste sind, sondern dass die ja bezahlt werden dafür, als Security quasi und deswegen gilt da die Regel vielleicht nicht, dass sie dann auch bewaffnet in die Stadt dürften, aber ja, das ist auch wieder so was, die ganze Folge, da macht so vieles keinen Sinn, dass das, das ist auch so schön beschrieben, das sollte man aber nicht weiter drüber nachdenken, sondern okay, ja, ist jetzt alles so, gucken wir uns an, was weiter passiert, man bist abstrus, auch, auch dass die, 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 die Ugnauts dann irgendwie vorhersagen könnte, wo als nächstes irgendwas passiert und dann stehen die halt da und man dort dritt ein paar und so und dann passiert es natürlich auch genau, zum Glück sind sie nicht fünf Minuten später gekommen, aber da wäre ja schon durchmarschiert gewesen, das ist, das ist alles, passt wieder auf, wie es passen muss, das ist, ja, vielleicht bin ich auch deswegen tatsächlich eingeschlafen. Ich mochte es ja den Aspekt, das wir den Separatisten drin haben, dass wir mal so auch wieder einmal ein bisschen die andere Seite hören können, aber das war dann auch irgendwie sehr kontextlos, also zum einen, das ist jetzt auch so eine Sache, die jetzt 30 Jahre her ist in diesem Universum und warum er das jetzt als Separatist gemacht, also wäre es Separatist oder nicht gewesen, hätte es glaube ich nicht so einen Unterschied gemacht, aber das wäre halt auch was gewesen, was man etwas breiter machen könnte, etwas mehr zu, aber ja, es hat dann trotzdem keinen Zusammenhang, also ich finde, die Folge hatte sehr ihre Momente, aber es war einfach nur noch pures Chaos und es hat, finde ich, alles auch sehr zu schrill alles gewirkt, also viel zu unecht, also die Architektur sah sehr faszinierend aus, fand ich, aber die Menschen, die da gelebt haben, das sah alles sehr aufgesetzt aus, wo ich halt die ganze Zeit nicht sicher war, sind die wirklich alle so glücklich oder tun die das oder tun die gerade nur so und ist das eigentlich so eine Bedrohungslage und die müssten so auf, es ist alles in Ordnung machen. Dann hätte es ja gepasst, aber im Endeffekt, ja, war ja doch alles gut, bis auf ein paar Drogenproblematiken und ja. Aber das Gute war, ich kannte die Schauspieler fast alle gar nicht, darum war das, also das waren jetzt auch irgendwelche Cameos, die haben mir absolut gar nichts gesagt, darum habe ich das jetzt nicht so rausgewissen, das war vielleicht auch praktisch dann. Weil es waren ja glaube ich drei der aus Back of the Future und die anderen beiden kannte ich jetzt gar nicht. Ja, du kennst Jack Black nicht? Nee. Uff. Ich bin mit Schauspieler nicht so bewandert, muss ich sagen. Ich guck mal nach, wo das ist. Ulivas Risen? Risen. Oh mein Gott. Ulivas Risen, Entschuldigung. Ulivas Risen. Ich bin wieder auferstanden. Oder hätte ich sogar bei dieser Gänsehaut der Verfilmung mitspielt. School of Rock, glaube ich. Jeder zweite Komödie. Liebe braucht keine Ferien mit Cameron Diaz. Habe ich alles nicht gesehen. Geh auch mal eine Liste, da gibt es gute Filmtipps. Immerhin finde ich es lustig, dass Tobias Meister, wo wir vorhin schon mal das Thema so Grotsprecher hatten, als Jack Blacks Stammsprecher jetzt noch eine Figur bei Star Wars sprechen darf auf Deutsch. Er ist ja schon Yoda, Darth Maul, Saw Gerrera und jetzt auch noch Jack Black, wie auch immer er hieß. Captain Bombardier, genau. Als würde er Lokomotiven bauen. Ich fand die Folge beim Schauen paradoxerweise... War ich eigentlich der Einzige, der... Wollen wir mal kurz hören? Äh, Lukas? Ich wollte nur sagen, ich fand die Folge, die war fast schon spaßig, so paradoxerweise, also deswegen kann ich deine Zwiegelspaltenheit ganz gut nachvollziehen. Aber kaum ging der Abspalt los, habe ich mich gefragt, was habe ich da gerade gesehen? Genau. Oh Mann. Und jetzt dauert es eine Woche, bis Mando weitergeht. Also, was war das? Darf mir das Spaß machen? Ich glaube nicht. Mein Kopf steht dem im Weg. Ja. Julian? Am Anfang der Folge war ich so ein bisschen verwirrt, weil ich das Gefühl hatte, wir fliegen auf so ein neues Mandalore, also auf diese Kuppelsstadt und so. Ich wusste es erst gar nicht einsortieren. Ist das jetzt... Ah ja, okay, da ist ja auch die, da ist ja der Trupp, die ganzen Sölder, die Mandalorianischen. Haben die sich da jetzt eine eigene Stadt aufgebaut oder so und dann, ah nee, Moment, die sind ja nur angeheuert. Ja, so die ersten zehn Minuten habe ich mega verwirrt und dann eben auch was darauf folgte, das war irgendwie... Das wurde nicht besser, meinst du? Was mich halt auch primär gestört hat jetzt, also wie gesagt, diese zwiegespaltene Meinung, ich hatte Spaß, andererseits habe ich gefragt, was habe ich da geguckt, was bringt mir das jetzt? Was mich halt wirklich gestört hat, war dieses meiner Meinung nach nicht nachhaltige Worldbuilding. Also wir packen in diese Folge so viel Schwachsinn rein, irgendwie trinken die Droiden irgendwas, damit sie sich updaten, dann können wir bei Droiden Blutproben nehmen und haben quasi ein Leichenschauhaus für Droiden. Und das sind halt alles so Sachen, wo ich so denke, das ist vielleicht ganz lustig und auch teilweise kreativ, aber das wird nie wieder eine Rolle spielen in Star Wars, weil das wirklich nur für diese Folge war, damit man da so einen Agenten- bzw. Ermittler-Plot halt machen soll, so einen Polizei-Plot halt, was halt so ein typisches Ermittler-Duo macht. Wir gehen zum Tatort, wir analysieren die Leiche, wir gehen dahin, wo die Leiche vorher war, bevor das passiert ist und das war halt alles so übertragen, dieses typische Ermittler-Ding, nur halt in Absurd und nicht besonders spannend. Und sie haben eine vertane Chance, also sie haben wirklich eine Chance ausgelassen und zwar, als sie dann diese Droiden-Bar betreten, da habe ich so drauf gehofft, dass es dann kommt, die Sorte wird ja nicht bedient, aber nein, die Droiden glotzen sie nur an, wie sie runtergehen und anfangen, Fragen zu stellen. Da war ich tatsächlich enttäuscht, als ich das dann gesehen habe, und ich dachte, nein. ich meine, gerade wenn man sich sowieso schon auf so viel kam, er sagt, unsere Sorte wird hier ja nicht so oft gesehen oder so, also es wird nur so ganz vage referenziert. Ich finde auch, der Folge tut auch nicht so gut, wir haben ja diesen Plot mit durchdrehenden Droiden auf einer Welt, die sehr abhängig von Droiden ist und das uns eine Woche später, nachdem diese Folge ausgestrahlt wurde, auf der Star Wars Celebration ein Comic-Event angekündigt wird, das im Prinzip diesen Plot ein bisschen größer verfolgt, fand ich dann auch unpassendes Timing in dem Sinne. Das ist ja dann Dark Droids, das neue Crossover von Charles Sewell im Spätsommer, dass wir da dann sowas ähnliches bekommen, ohne dass es da einen direkten Bezug gibt, fand ich dann schon schade. Ja. Aber vielleicht darf, ja? Sorry. Also, vielleicht darf Charles, jetzt das Chaos da ausbaden, darf das jetzt versuchen, in einen logischen Zusammenhang reinzusetzen. Wer weiß. Ich glaube, wir werden nie wieder was von Blasier 15 hören. Das denke ich auch. Vielleicht jetzt schon Staffel 4. Ja. Hoffentlich nicht. Vielleicht so ein Nebenkommentar, Blasier 15 wurde vom Droidenaufstand ausgelöscht. Oder so. Das wäre doch ganz spannend. Und so eine lustige Anekdote. Gut, kommen wir mal wieder zum Hauptplot, wie die Staffel oder wie die Serie immer am Ende der Staffel. Kommen wir wieder zurück zum Hauptplot, aber dann richtig, und das heißt und täglich grüßt Gideon oder und staffelig gibt es das Wort. Auf jeden Fall, jedes Staffelfinale braucht einen Gideon. Und das, äh, ja irgendwie, weiß ich nicht, es stört mich mittlerweile, dass man ihn immer so ans Ende der Staffel schreibt und ihn nicht mal wirklich benutzt als Antagonist. Also, er wird immer so ans Ende geschrieben, auch schon bei der, gut, bei der zweiten war ein bisschen zwischendrin mal noch mit dem, hey, ich habe hier böse Droiden und so, aber gerade auch in der ersten Staffel, man benutzt ihn nicht so richtig als Antagonist, obwohl es eigentlich so ein cooler Schauspieler ist, sondern am Ende kommt er dann immer, erklärt immer, was er alles so gemacht hat und lässt halt damit auch so ein bisschen die Zuschauer im Dunkeln und es ist halt auch immer Gideon. Das ist so, also ich hoffe jetzt wirklich, er kommt nicht zurück. Es gibt ja schon wieder die wildesten Theorien, aber ich, Wir haben seinen Tod nicht gesehen. Doch. Er ist nur in einer Wolke verschoben. Er ist in den Flammen. Ja, also bei Star Wars, ist das eigentlich überlebt? Also, wir wissen ja nicht, wenn Lichtschwertstoß reicht auch. Bei Star Wars ist alles überlebt, deswegen, ich sehe es ja mittlerweile nur noch zynisch, also ich kann keinen Tod mehr bei Star Wars ernst nehmen und das ist eigentlich traurig, außer bei Endor. Wenn bei Endor jemand stirbt, dann glaube ich das. Ja. Das ist wirklich, das hat die Serie geschafft, also ich bin echt froh, dass die Serie das auch geschafft hat, weil sonst hätte ich Endor wesentlich schlechter empfunden. Aber alles andere bei Star Wars, ob es jetzt Bad Batch, ob es jetzt Mandalorian ist, ich kann das einfach nicht mehr ernst nehmen. Ich weiß, oder ich glaube zu wissen, dass das eh keine Konsequenz hat, deswegen investiere ich mich da gar nicht emotional überhaupt mehr. Das ist eigentlich schade, aber gut. Hat halt lange, wurde lange konditioniert. Das ging schon los, als damals Maul zurückgekommen ist, was cool war in Clone Wars, aber das zieht sich jetzt schon sehr lange durch Star Wars, dass irgendwie jeder überlebt. Ja, wie seht ihr das mit Gideon? Also bei Gideon kann ich der Folgen ganz zustimmen. Also ich fände, da wirkte besonders in den letzten Verfolgern sehr austauschbar. Also außer jetzt am Anfang mit der Dialogszene, da fand ich ihn gut eingesetzt, weil er dann da mit seiner neuen Rüstung wie Iron Man aufgetaucht ist, dass das, ich konnte ihn da einfach nicht ernst nehmen. Das, das, nee, also das wirkte wie dieser Kinderbösewicht der Woche, so, ja, ich erkläre den ganzen Plan, oh nein, wir kämpfen kurz. Das war gar keine Bedrohung mehr. Besonders die Folge davor, wo man dieses zerstört, die zerstörte Fähre da findet, das wurde so bedrohlich alles aufgebaut. Also diese Szene fand ich ziemlich gut und dann wurde das halt viel zu schnell alles abgearbeitet und das fand ich halt schade, weil man hat dann so einen guten Schauspieler dafür, eigentlich einen Charakter, den man auch in den ersten zwei Staffeln da etabliert hat und, nee, also, das finde ich, hat alles ziemlich kaputt gemacht. Das, das mit dem Shuttle wurde übrigens nie aufgelöst, ne? Warum wir dann einen Besker-Splitter in der weil doch seine Truppen jetzt Besker-Rüstung tragen. Ja, aber dass dann irgendein Splitter von abgeht, der dann irgendwo stecken bleibt? Ja, bei einer Befreiungsaktion halt wahrscheinlich. Ja. Sollte uns ja auch wieder dringen hoch. Ich sag's schon. Ja, ich glaub schon. Ich meine mich an einen zu erinnern in Folge. Ja, Lukas, was wolltest du noch? Ich wollte Karl-Georg komplett zustimmen. Also, er war schon immer einfach ein recht platter Bösewicht vom Writing, aber hatte in Staffel 1 und 2 noch irgendwo bedrohliche Atmosphäre und kam als Bösewicht dieser Serie auch gut rüber für mich. Und hier in Staffel 3 wirkte er einfach nur überzogen und wirklich schlecht geschrieben und nach einem Comic-Bösewicht. Was ihm halt in keiner Weise irgendwie gerecht wurde. Vor allem... Was ich dann auch schade finde, ja. Ja, vor allem seine Agenda ist halt einfach komplett weg. Also, er, das hat Julian mir dann auch geschrieben, habe ich auch in meiner Rezension geschrieben, er sieht auf dem Screen, wo Mendo und Grogu sind, sagt, ich werde mich ihrer persönlich annehmen und wartet dann aber hinter dem Kommandozentrum darauf, bis sie seine Klone umgebracht haben. Also, das ist schon mal das Erste. Obwohl er eigentlich wüsste, dass sie auf dem Weg in diese Klonkammer sind. So. Und dann sagt er in Folge 7, ja, komm, gib mir das Dunkelschwert. Und dann zerstört er es, während sie es in der Hand hält. Obwohl das vorher ja immer, also ich finde die Zerstörung des Dunkelschwerts gut, ich verstehe bloß nicht, warum Gideon das tut. Vielleicht würde er damit endgültig zeigen, niemand kann mehr die Macht über einen Mandler bekommen. Auch nicht er, aber da ist jetzt eine Rüstung, keine Ahnung. Aber ich fand, das war so das Einzige, wirklich mit konsequent, was gemacht wurde. Aber gut, aber wir wissen aus Episode 9, wir können kaputtelig Schwerter auch wieder reparieren. Ich wollte gerade sagen, warte mal ab, jetzt haben sie die Schmiede wieder repariert und das Leben gerufen. Staffel 4, Folge 1, Prolog, das neue Dunkelschwert. Oder jeder Mandalorianer kriegt ein Dunkelschwert. Genau, jetzt gibt es jeder Mandalorianer 1, genau. Damit ist jeder Herrscher über Mandalore, damit haben wir eine Demokratie. Genau. Das ist jetzt, also das eine Schwert, womit man Herrscher wird, ist er jetzt zerstört. Und dann die anderen Schwerter, die jetzt jeder kriegt, die sind dann völlig random. Die haben keine mystische Bedeutung mehr. Sie sehen aber gut aus und können Merchandise verkaufen. Ja, aber jetzt, weil wir gerade bei Gideon, also ich verstehe auch seinen emotionalen Antrieb nicht, weil er ist mir viel zu ruhig und nicht emotional geladen genug, dass der Plan, den er seit Jahren verfolgt, er war inhaftiert und er hat sogar den Doktor, der verantwortlich war, durch Einschleusen von einer Spionin das Gehirn gewaschen und so weiter, damit nur er das alles verfolgen kann und so weiter. Und dann sagt er einfach, als der Mann nur da ist, oh Mann, du hast meine Klone zerstört, die Schöpfung, da war sogar die Macht, die hätten die Macht nutzen können, aber ja, ich habe ja hier meine Imperial-Mandalorianer, die sind ja viel cooler und jetzt zwei nicht wieder dich. Das ist, das ist, ja, das verstehe ich nicht, es war einfach so ein, eine, eine, eine Hohle, dieses, dieses, ich schaue mir den Planern, ich sehe den Mando da rumlaufen, warum auch immer die zwei irgendwie so, hat er die markiert mit dem Sender, da wusste er genau, wo die sind, aber, weil die Karte hat er sonst nichts angezeigt, da waren ja nur die zwei zu sehen, auch noch Grogu natürlich grün, genau, weil der Kleine ja noch grün ist, mein kleiner grüner Freund, ja, und dann denkt man, er geht zum, er geht auf sie zu und dann laufen die, dann kommen sie in den Gang mit den, mit den Lasersperren, dann kommen sie zu den Klonen von ihm, hey, wo ist denn dahinter, wollen sie sich doch den, ihrer annehmen, was, was macht er denn, was ist sein Plan? Er steht lieber im Hangar rum und wartet, bis er sich dann beschweren kann. Er lässt das etwas geschehen und sich dann beschweren. Und dann noch, dann noch die Videospiel-Boss-Struktur, die Kämpfe mit Gideon scheinbar haben. Staffel 1, Level 1, im TIE Fighter, Staffel 2, Level 2, du musst die besiegen, 1 zu 1, Speer gegen Dunkelschwert und jetzt in Staffel 3 ist er die größte Version von sich mit Rüstung und ein Upgrade. Also Staffel 4 müsste dann ja wieder einen drauflegen und wieder irgendeinen anderen Endboss Gideon haben. Ja, Staffel 4, er und seine Klone. Dann gibt es 10 Gideon gegen einen kämpfen. Ja, genau. Die die Macht nutzen. Oh, nee, das ist Staffel 5 dann. Ah ja. Die Macht kommt erst in Liesch 2. Genau. Das war es ja genauso auf Kamino mit den ganzen Klonen. Was ich da auch, wo wir gerade bei den Klonen sind, das wurde ja, zumindest in Staffel 1 und 2 so angedeutet, dass das halt schon für die Imperator-Forschung ist. Und dass es jetzt halt bei ihm einfach nur komplett eigennützig war, ich finde, das entkoppelt jetzt auf einmal sein Handlungsstrang wieder komplett vom Größer. Und was jetzt vielleicht auch nicht schlimm ist, wenn jeder seine eigene Geschichte da hat, aber ich meine, das macht ihn irgendwie noch viel unglaubwürdiger. Ich denke mal, er hat halt dieses Projekt Nekromant für sich ein bisschen gekapert. Also er hat halt deswegen... Ja, okay. Also ich glaube schon, dass es ursprünglich für den Imperator ist und es ist es ja auch noch, also es läuft ja scheinbar auch noch. Die suchen ja nach Pershing, den er wahrscheinlich dann irgendwie für sich beansprucht und dann halt, wie gesagt, das Hirn gewaschen hat. Und was ich auch ein bisschen komisch fand, dass so Leute wie Hux und so nicht wissen, dass Pershing ein Teil des Amnestieprogramms ist. Ich meine, ich denke, dass die eigentlich auch Spione da haben sollten in der Neuen Republik. Vor allem, weil Pershing eine Rede hält im größten Obernhaus des Planeten. Also so ein bisschen auffällig ist er vielleicht doch unterwegs in der Neuen Republik. Also könnte man schon mitkriegen, dass er da ist. Selbst wenn man irgendwo am Ende des wilden Raubs oder so sitzt, aber trotzdem, ja. Ich glaube schon, dass das auch noch weiter verfolgt wird, gerade dann wahrscheinlich eher in Ahsoka und rund um Thrawn vielleicht, keine Ahnung, und nicht in Mendo. Na, Gideon hat es ja auf jeden Fall heimlich gemacht, sein kleines Filoprogramm, weil er ja auch sagt, ja Hux, das ist doch eure Spezialität und dabei versucht er selbst das ja schon seit Jahren. Genau, also es war auf jeden Fall seine eigene Agenda für sich selbst. Wobei wir bei einem anderen Thema wären, nämlich die Kontextualisierung des Sequels, die wir ja auch in der Serie sehr stark haben und immer mehr zunehmend und generell auch überall haben. Und das haben wir auch in Bad Batch und so. Wie seht ihr das? Finde ich es gut, dass dadurch der Kanon einheitlicher wird oder ist es eher so ein Ding, wenn die Autoren frei von diesem Laster quasi wären, könnten sie vielleicht geilere Sachen machen? Letzteres, ganz klar. Weil jetzt halt hinterrückst erzwungen versucht wird, das irgendwie einzubauen und ja, das war schon seit Jahren klar und so weiter. ich habe das ja auch schon mal, als ich noch die Comic-Heft-Reihe rezensiert habe von Panini, dass man jetzt schon versucht hat, zwischen Episode 5 und Episode 6 da Vader und den Imperator mit Exegol und so weiter einzubauen. Das war alles, das hat mir einfach nicht gefallen, weil das halt so hinterrückst versucht wird, das alles, das war schon alles von langer Hand geplant, schon 40 Jahre vorher war das schon klar, dass das alles so kommen wird und sonst aber nichts. Jetzt stell dir vor, in 10 Jahren kommen nochmal ein paar Episoden, da muss man das jetzt auch nochmal in den gleichen Zeitraum irgendwie einbauen, dass das auch nochmal gerechtfertigt wird. Nee, nee, die sollten lieber machen, was sie wollen, also lieber eigene coole Geschichten und nicht versuchen, das irgendwie immer so mit hier eine Figur einbauen, weil das macht alles viel kleiner, also diese große Samos-Galaxis wird da so klein minimal geschrumpft auf wenige Ereignisse und wenige Figuren schlussendlich. Das tut der ganzen Geschichte nicht gut. Gegenstimmen? Also, ich sehe es als Chance, ach, sorry, mach du erst. Nee, mach du erst. Na gut. Du legst auf, ich finde es okay. Genau, ich finde es an sich okay, weil die Sequels sind halt da, wir müssen mit ihnen leben und sie wirken immer noch ein bisschen wie Fremdkörper innerhalb des Kanons, viel mehr als andere Werke, finde ich, also als andere Serien oder Comics oder Bücher dann. Und dass sie dann eben immer mehr rückblickend ein bisschen mehr einbezogen werden, finde ich dann ganz in Ordnung soweit und lässt den ganzen Kanon dann halt, soweit das noch geht, halbwegs einheitlicher werden. Und ich glaube, dass das mit eins der geringsten Probleme, die man nur aktuell hat. Also, wenn es das jetzt nicht bräuchte, wäre das Writing immer noch nicht automatisch gut, denke ich. Also, ich sehe das ähnlich wie Lukas. Also, klar, schränkt das schon ein bisschen die kreative Freiheit da vielleicht ein, aber ich fand, dass ich jetzt auch nicht zu stark drauf ausgelegt, sondern ich sehe das als Chance, dass man vielleicht da einige der Logiklücken, wie jetzt zum Beispiel in, was Bloodlines ja auch gemacht hat, die haben ja auch viele Lücken geschlossen und gute Sachen, also die Sachen gut nochmal erklärt, dass es da auch nochmal die Chance ist, so ein paar Sachen zu lösen. Man merkt ja auch, dass sie es trotzdem freier gestalten, weil, als ich jetzt Bloodlines gelesen hatte oder wie so die 7 geschaut hatte, hatte ich das Gefühl, dass da Kanon auch so war mit der Schacht und der Kurve, der Krieg um, fertig, so eine Art kalter Krieg mehr nicht. Aber jetzt wissen wir schon, es gibt Warlords, Thrawn kommt zurück, also die machen das ja schon noch etwas breit, also die füllen die Zeit ja nochmal und ich finde, da passt es. Und, was mir aufgefallen ist, dass die, dass musikalisch schon Anspielungen auf die Sequels hat. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, da die Szene auf diesem, auf der, ich hab den Namen vergessen, wo die Bergspitze rausragt, wo die Eis essen. Das ist der Marge of the Resistance in so einer Kirmes-Variante. Und das fand ich, das war so eine Mini-Anspilung, die fand ich sehr schön. Und in Book of Boba Fett, wo Grogu durch die Gegend hüpft mit Luke, da kann man, glaube ich, auch leicht das Erste Ordnung-Thema rauszuhören in der verfremdeten Variante oder das Kalouen-Thema. Also, ich fand musikalisch das sehr schön mit eingebaut. Aber, ja. War bei den Pretorianern auch Musik von Episode VIII oder so drin? Bin ja jetzt nicht so der Profi. Ich kenn den Sound von Episode VIII leider nicht so. Weil die immer so in Slow-Mo ins Bild gelaufen sind. So theatralisch. Ich hätte es jetzt nicht erkannt. Da hab ich gar nicht drauf geachtet, nee. Da hab ich eher auf die Helme geachtet, dass man, ah ja, guck mal, wie bei den Klonen, da machen die Helme eine Evolution durch. Aber leider eine Evolution nach unten. Ich hab's zwar nie gelesen, aber es hat mir von der Optik starke Crimson Empire Vibes gegeben. Der alte Legends Comic. Ja, da hab ich auch ein bisschen dran gedacht gehabt, aber das wäre nochmal eine andere, ja, war ja interessant zu finden, ob die da auch nochmal was einbauen könnten. Aber das ist auch so eine Sache, die mich da überrascht hat. Wo kommen diese Pretorianer auf einmal her? Weil der Imperator hat, also, wenn der Imperator die schon gehabt hätte, hätte ich doch wahrscheinlich auch einen roten Todesstern dabei gehabt, weil die sahen schon etwas kompetenter aus als seine roten imperialen Wachen da. Und dann, ja? Ja, vielleicht waren die parallel zu Episode 6 schon in Ausbildung, weil der ging ja davon aus, dass er das überlebt und dann hätte er zwei Monate später schon die ersten Pretorianer waren bei sich gehabt. Aber die waren dann halt erst fertig, als er schon besiegt und der Todesstern zerstört war. Aber die waren halt noch da. das könnte ja so, also, ich meine, das wäre noch ganz viel valide Erklärung auch. Weil ich fand, die kam sogar auch zum Nichts so daher, dass die in Episode 8 aufsteigen, dann kann man sagen, gut, Snow hat sich das aufgebaut, aber jetzt? Ja, folgt mal, weil geht ihnen die so bestellt? Ja, ja, Staffeln, Bomber und Hauptfangjäger und so drei Pretorianer, wenn es passt. Aber ich glaube, die sehen dann davon noch was. Also, das aus dem aus dem imperialen Pool, wo die jetzt hergeschickt wurden, dass wir, dass wir den sehen, nochmal. wo ist eigentlich dieser Pool, wo das alles herkommt? Mountantis. Ja, das werden sie bestimmt noch zeigen, denke ich mal. Wahrscheinlich da, wo sich Hux und Co. verstecken, würde ich jetzt mal annehmen, mit dem Projekt Dekomand. Ich meine, das interessiert. Das könnten sie nochmal zeigen. Ja, machen sie bestellen. Es fehlt ja auch noch die dritte Staffel von Bad Batch. Vielleicht fließt das dann alles irgendwie zusammen, keine Ahnung. Auf Exegol sind die nicht, oder? Ich weiß nicht, ob Hux und so von Exegol wissen? Nee, ich glaube, hätten die das gewusst, also wären die nicht so überrascht gewesen, als Imperator zurückkehrt. Also, beziehungsweise hätte Kylo das wahrscheinlich vorher rausbekommen, dass er das nicht selbst auf Musterfahre finden müssen. Wobei ich bis heute den General Pride in Episode 9, der dann plötzlich doch Palpatine wirklich seltsam finde unter dem Aspekt. Ja. Also, der wirkt zum Beispiel schon so, als ob er das gewusst hätte vor Kylo und dann halt Snoke auf jeden Fall und dann ist halt die Frage, inwiefern hat der Kreis der Ersten Ordnung das gewusst? Aber vielleicht werden wir da demnächst ja noch sehr viel mehr erfahren und sehr viel logischere Verzahnungen haben. Ich fürchte nicht. Gut, dann frage ich euch jetzt mal nach einem Gesamtgefühl der Staffel, bevor wir noch zum kleinen Ausblick kommen, was uns denn jetzt dann alles noch erwartet. Also, ich fange mal an. Bei den ersten beiden Staffeln hatte ich das Gefühl, die Staffel an sich war immer so eine Gesamtkonzeption. Wir hatten in der ersten Staffel das Ding, die beiden wachsen zusammen und am Ende, oh Gott, was ist mit dem Kind und die ist Imperium will das wieder haben, Konflikt und Hilfe. In der zweiten Staffel ging es irgendwie darum, wir müssen den Jedi finden für diesen, für Grogu und in der dritten war es so, hier ist ein Puzzle, mach was draus und so und das ist dann auch so, also es ist am Ende so ein Mosaik und ich hatte zwar jede Woche Spaß, auch bei Folge 6 mit der angesprochenen Verwunderung, was ich da eigentlich gerade gesehen habe, aber so diese zusammenhängende Handlung, was will mir die Serie eigentlich gerade sagen, Rückeroberung Mandalores, ist es in der Serie eigentlich richtig aufgehoben? Weiß ich nicht. Also ich, das ist noch, ach stimmt, das habe ich übersprungen, weil wir gleich zu den Secrets gegangen sind. Ja, schlimm, ne? Ist es vielleicht, also der Scope von der Rückeroberung Mandalore ist denn der Serie zu klein, weil wir sind ja dann trotzdem am Ende recht schnell wieder bei diesem Bo und Din kämpfen gegen Gideon und die anderen fliegen im Hintergrund rum wie ein Bienenstock. Also ist es vielleicht nicht richtig aufgehoben da? Passt das nicht in diese eigentlich auf Din und Grogu allein unterwegs Handlung? Ist es vielleicht deswegen so komisch, dass sich die Serie, die Staffel so komisch anfühlt, dass es eigentlich gar nicht zu den beiden passt? Dazu will ich erst mal sagen zu meinem quasi Staffelfazit, was du gerade angesprochen hast. Also ich fand eigentlich die Entwicklung bisher in den drei Staffeln jetzt rückblickend von Mandalorian positiv, weil er ist am Anfang dieser Einzelgänger, dieser Kopfgeldjäger. Dann kriegt er den Grogu, um den er sich kümmern muss. Dann wird so seine Gruppe so ein bisschen größer und am Ende ist er jetzt hier bei den anderen Mandalorianern und die versuchen eben Mandela zurückzuerobern und das gelingt ihnen auch. Also quasi von dieser Einzelfigur zu einer großen Gruppierung. Und da steht er wieder entgegen, dass er in der letzten Folge dann quasi wieder an den Anfang zurückgesetzt wird, von wegen, ja du musst mit deinem Jüngling, mit deinem Sohn, deinem Adoptivsohn musst du jetzt Abenteuer erleben, was er drei Staffeln lang eigentlich schon gemacht hat. Das fand ich so ein bisschen wieder typisch, Mandalorian wieder ein bisschen revidiert, was man da bisher für eine Entwicklung durchgemacht hat. Ja, aber der Weg dahin, die Schlacht von Mandalorianer, die du gerade da angesprochen hast, ich fand die gut umgesetzt, mir die Inszenierung super gefallen, dass sie in der Luft stattfindet, quasi für Mandalorianer typisch. Was mich da dann aber auch direkt wieder gestört hat, sind zwei Dinge, nämlich einmal erleben wir ja Amando selber, dass er nicht die komplette Ausrüstung hat in der ersten Staffel, er quasi, er verdient sich ja nach und nach die Teile oder erst dann, irgendwann hat er auch sein Jetpack, was er ja vorher nicht hatte und hier haben wir jetzt aber so den Status, dass jeder Mandalorianer automatisch ein Jetpack hat von vornherein, ob er es sich jetzt verdient hat oder nicht. Das fand ich schon mal ein Fragezeichen und dann zeigt uns die Serie auf dem Mando-Planeten, den sie sich momentan ausgewählt haben, wo auch immer die sich den Treibstoff für ihre Jetpacks herholen, wo sie versteckt leben, dass sie limitiert sind. Sie versuchen dann im Flugsaurier hinterher zu fliegen und irgendwann zack, Treibstoff aus und alle fallen so aus der Luft, wie die Spatzen vom Himmel, genau. Und dann aber in der Schlacht spielt es wieder absolut keine Rolle, da fliegt der eine der Schwerkraft entgegen durch ein Gewitter ins All. Kein Problem, da macht er sich auch keine Gedanken, dass sein Jetpack leergehen könnte. Und bei der Schlacht genauso, wir fliegen über den ganzen Planeten und wären im Kampf. Da hätte es jetzt wieder ein bisschen realistischer gefunden, wenn man auch hier einbaut, dass denen eher mal der Sprit ausgeht in ihren Jetpacks und sie dann doch eher auf den Bodenkampf angewiesen sind. Aber nein, das wäre inszenatorisch oder viel zu kompliziert geworden. Da lassen wir das, was wir selber aufgebaut haben, nämlich dass sie limitiert sind mit ihren Jetpacks, das streichen wir einfach dem wieder raus, weil das wollen wir nicht. Wir wollen ja Action wie jetzt in der Luft die ganze Zeit kämpfen und ihre Pfeile am Knie abfeuern und so weiter. Ja, das fand ich so inkonsequent. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Das waren meine 5 Cent dazu. Entschuldigung. Sehr gut. Kann ich absolut unterschreiben. Also, ich sehe es halt andersrum. Wir hätten das dann wahrscheinlich nicht etablieren sollen in Folge 4, nach dem Motto, dass sie da Treibstoffprobleme haben. Dann wäre das vielleicht ein bisschen logischer gewesen. Dann hätte man sich vielleicht da auch nichts darüber Gedanken gemacht. Aber da es ja in Folge 4 so ein aktives Hemmnis war, dass sie jetzt diesen Sohn nicht retten können, war es hier halt auffällig, dass es plötzlich keine Rolle mehr spielt. Gut. Gesamtfazit weiterhin. Lukas. Und auch Mendeleur und so. Genau. Ich schließe mich euch eigentlich ziemlich an. Staffel 1 und 2 waren für mich zumindest noch ziemliche Highlights. Und Staffel 3 war jetzt per se nicht schlecht insgesamt. Aber trotzdem hatte ich irgendwie das Gefühl, dass es jetzt mehr so in der Liga Poker 4 war, Obi-Wan Kenobi spielte, als in der alten Königsklasse von Mando, die ja dann noch von Endor übertroffen wurde. Und das finde ich schade, weil klar war in Staffel 1 und 2 auch schon mit diversen Logiklöchern immer wieder oder Ungereimtheiten gespickt. Aber irgendwie sind die nie so wirklich ins Gewicht gefallen oder so offensichtlich geworden, dass sie wirklich den Spaß dann einschränken, wie es jetzt hier der Fall für mich war. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, während Staffel 1 und 2 eben mit GroKo dieses eine Ziel hatte, diese eine Hauptquest und währenddessen links und rechts verschiedene Sachen abklappert und das auch gut machte, weil jetzt bei Staffel 3 ist genau umgekehrt. Eine dieser Nebensachen, nämlich eben Mandalore, wurde jetzt in den Vordergrund gestellt und konnte das aber so, wie es dargestellt wurde und so, wie es erzählt war über die Folgen hinweg, überhaupt nicht annähernd an Staffel 1 und 2 und an diesen Drive, den die noch hatten, rankommen. und das ist schade. Also dem hoffe ich auch nicht wirklich hinzuzufügen. Verglichen mit Staffel 2 war das halt schon nicht mehr ganz so gut. Ja, mal gucken, was Staffel 4 bringt, aber ich muss sagen, nach Staffel 2 war ich gehypt da auf die Fortsetzung. Jetzt ist es so, ja, es gibt aber dafür sehr viele andere Serien, wo ich das Gefühl habe, die werden gut, wie Esuka, Acquelyte oder Endor, Staffel 2, darum. Und das ist eigentlich finde ich dann auch wiederum schade, weil mit Mando hatte ich sowieso immer sehr viel Spaß. Aber mal gucken, vielleicht wenn mal ein paar weitere Drehbuchautoren da mitschreiben dürfen und Fabio nicht alles alleine schreibt, vielleicht kriegen wir dann wieder neue bessere Drehbücher. Man kann ja hoffen. Oder beim Ausblick wären, wieso kein Ende nach drei Staffeln? Wir haben so einen schönen, so eine schöne Abblende am Ende. Wir leben zufrieden auf ihrem kleinen Stückchen Land. Warum sind nicht aller guten Dinge drei? Ihr könnt ja sein, aktuell hab ich noch nichts anderes gelesen, dass es eine vierte Staffel geben wird. Also ich glaub, zum aktuellen Zeitpunkt könnte es die letzte Staffel gewesen sein. Ja, verfrohrt ja angeblich schon die vierte Staffel geschrieben. Ja. Und hat gesagt, er kann gern noch sehr viel weitermachen. Also er wird sehr gern noch, solange es die Leute wollen weitermachen. Also Staffel 4 ist glaub ich ziemlich sicher, dass die kommt. Ich muss sagen, in Staffel 4 hätte man die Chance sich wieder auf dieses Ursprüngliche, diese Beziehung zwischen Din und GroKo zu machen. Also halt wieder in dieses Western-Setting zurück. Es könnte interessant werden, aber ich weiß nicht, dann vielleicht eine neue Charakterpaarung oder sowas. Also vielleicht komplett neue Charaktere zu machen. Also halt nicht mehr Mando, vielleicht auch eine andere Ära nochmal besichtigen oder so, weil, ja. Also ich bin mir sicher, ich mag den... Ja, nee, sprich aus, Entschuldigung. Achso, nee, nee, das war so ein Bestätigen, sorry. Okay. Sag ruhig. Also ich könnte vorstellen für die vierte Staffel, wir leben Mando und Grogu, sie fliegen bestimmt mal nach Navarro, sie fliegen nach Tatooine und sehen die Pitroids. Ja, nee, also ich weiß nicht, eine vierte Staffel, da wird bestimmt wieder Gideon irgendwie rausgeholt oder irgendein imperialer anderer Warlord oder ein Spion, der noch auf Coruscant unterwegs ist und irgendwie jetzt in Gideons Fußstapfen treten möchte, man weiß es nicht. Also ich bräuchte keine vierte Staffel. Ich war eigentlich zufrieden mit dem Ende, also diese Abblende, danke für das Wort Tobi, kam, fand ich auch super und sie lebten glücklich und zufrieden bis ans Lebensende oder bis Episode 9, ja. Aber mehr bräuchte ich jetzt eigentlich nicht. Ja, vor allem, weil ich halt auch Angst habe, wenn wir wieder zurückgehen auf dieses ursprüngliche Ding, dass es sich ein bisschen totläuft. Aber wenn es jetzt wieder dieses Western-Ding wird, das ist dann, haben wir schon mal gesehen, wollen wir nicht nochmal. Gerade weil wir jetzt den Scopes erhöht haben. Ja, Lukas, Entschuldigung. Ja, und auch Gru ist auch begrenzt witzig, also das kann man auch in einem begrenzten Maß konsumieren. Irgendwann ist halt dieses ständige Greife nach diesem Knauf auch nicht mehr witzig oder wie er sich einen Frosch in den Mund steckt und obwohl er es nicht soll, aufmampft und so. Ja, das ist zwei, drei Staffeln witzig und dann hat sie es auch mal wieder gegessen. Und davor habe ich halt Angst, dass man halt diese potenziell coole Figur einfach so tot reitet, bis man wirklich froh ist, ah ja, okay, jetzt ist er endlich weg. Und an dem Punkt sind wir jetzt eigentlich mittlerweile schon nach dreieinhalb Staffeln. Weil wie soll diese Beziehung zwischen den beiden noch weiter ausgebaut werden? Jetzt hat er ihn sogar schon als Sohn adoptiert. Er hat ihn ja schon mal abgegeben, hat ihn aber wieder zurückgeholt. Er wurde schon mehrmals entführt, also jeder von beiden und der andere musste ihn jeweils retten. Da haben wir ja schon alles erlebt. Ja. Ja. Lukas? Also ich habe ja die Befürchtung, dass, was uns jetzt angeteast wurde, dass er imperiale Warlords für die neue Republik sich holt und mit Grogu wieder Abenteuer erlebt, dass uns das jetzt viel offscreen erzählt wird. Also das jetzt einfach, wann immer man sich fragt, wo ist eigentlich Mando jetzt bei zukünftigen Serien, dass man dann weiß, ah okay, ja, er macht da ja so seinen Kram, der am Ende von Staffel 3 angeteast wurde und dass wir ihn in Ahsoka und oder Skeleton Crew irgendwie wiedersehen, dann ein komplett neuer Status Quo mal wieder für ihn vorherrscht und dass dort dann Staffel 4, wann immer sie kommt, andocken wird. So wie Staffel 3 an Boba. Das ist irgendwie gerade für mich das realistischste Szenario, weil sich die Sache dann eben auch nicht tot reitet, aber uns eben irgendwie Hanebüchen in einer anderen Serie vorbereitet wird. Das kann ich mir gut denken. Also du meinst, dass ein Finale von Ahsoka auftaucht und da mithilft, irgendwie den Angriff von Thrawn abzuwenden? Zum Beispiel, ja. Vielleicht kriegt der auch eine ganze Folge in Ahsoka. Soll ich es ja schon mal gegeben haben, habe ich gehört. Das stimmt. Ja, müssen wir abwarten. Aber ich weiß, ob Dave Filo nicht erlauben würde, dass es eine Folge nicht geht um seine Figuren dann. Also vielleicht. Nee, also wie gesagt, ich mag Mando als Charakter, aber ich hoffe, dass er nicht in der Ahsoka-Serie vorkommt, weil ich von dem Trailer und so das Gefühl habe, dass die Geschichte etwas stringenter erzählt sein wird. Und ich glaube, da würde Mando nicht so reinpassen, weil das ist ja so eine Art inoffizielle Fortsetzung für Webels und ich glaube, da wird der Fokus auch mehr auf diesen Charakteren sein. Und das erhaufe ich mir dann auch, weil da wird, also das wäre dann halt auch zu viel, wenn jetzt Mando noch mit rein rennt. Ja, ist dann irgendwann eine viertel Staffel dabei für den Ahsoka. Also ich hatte es auch immer so gesehen gehabt, dass Ahsoka so diese Abspaltung ist, dass so dieser politische Zweig, der in Staffel 2 eingeführt wurde, mit der Neuen Republik, den wiedererstarken Warlords jetzt außer Gideon, und das ist halt so rausgeschnitten, also rausgenommen wurde und das ist dann die Ahsoka-Serie, die macht dann halt so das große Ganze in der Galaxis, während Mandos Geschichte kleiner bleibt, beziehungsweise nicht um den kleinen, aber auf Mandalore bezogen. Dass sich da halt die Geschichte so aufspaltet. So habe ich das für mich dann mehr oder weniger erklärt gehabt, also wir sehen ja im Sommer, ob das passt oder nicht. Da hatte ich auch verstanden, dass Dave Filonis Kinofilm dann halt auch eher so diesen großen Aspekt abschließen wird, aber nicht den Mando-Aspekt, aber ja, das sind jetzt auch noch so meine Überlegungen dazu. Ja, also ich glaube jetzt nicht, dass Mandalorian so, also dass der Mando und Coco so eine große Rolle in der Soka spielen, zumindest nicht in Staffel 1, aber Skeleton Crew könnte ich mir vorstellen, weil es ja auch auf dieses junge Ding zugeschnitten ist. Da ist doch so ein Kroku, der vorbeischneit, ganz cool. Und dann schauen wir mal, was sonst so passiert. Kroku! Machen lieber ein Ende irgendwann. Also die Sachen, wenn die jetzt sagen, es ist zu Ende, kann man sagen, passt. Also es sind natürlich noch ein paar Fragen offen, weil es nicht so brennt, viele. Also es wäre jetzt nicht so ein Verlust, wie jetzt bei Netflix, wo die einfach eine Staffel drehen mit einem großen Cliffhanger und sagen, ja gut, kein Geld mehr weg, fertig. Also es hat so einen Abschluss, das meine ich. Also man kann da gut ein gewisses weitergehen. Aber man könnte noch eine weitere Staffel machen, und wird. Aber es wäre jetzt nicht schlimm, wenn man es aufhören würde, vielleicht nicht. Ja, aber dann machen sie noch eine Staffel und dann sitzen wir wieder hier und zerreißen jede einzelne Episode, weil dies und jedes doof geschrieben ist und eigentlich gar nicht da reinpasst. Das will ich eigentlich auch nicht. Aber vielleicht wäre es besser. Lieber doch so unabhängige neue Figuren und Serien wie Endor oder ähnliches, was zwischen Wind reinbringt. Irgendwas, was wir schon dreimal gesehen haben, weiter reitet. Gebe ich so weiter, wenn ich John das nächste Mal sehe. Danke. Bitte. Immer gern. Gut, dann müssen wir leider abwarten, in Anführungsstrichen. Ahsoka steht als nächstes an. Bin gespannt, was uns da erwartet und wie sich das dann auch verbindet mit dem Mandoverse. Wie gesagt, Thorn wird auf jeden Fall noch so viel. Und ansonsten wahrscheinlich auch Perlion und vielleicht auch Hux. Die waren ja sehr nah beieinander. Die haben sich ja sehr gut verstanden bei diesem Treffen. Und alle anderen sind unwichtig, weil die haben keine Namen bekommen. Das ist ein übliches Mittel. Wir wissen ja auch bis heute nicht, was aus dem Mythrol geworden ist, der bei Greef Karga mit rumgehangen hat. Den hat man auch einfach rausgeschrieben, obwohl er noch seine Lebensschuld begleichen muss. Also von daher. Ach stimmt. Ja, Entschuldigung. Da könnt ihr jetzt alle drüber nachkürbeln. Der kommt schon mit vier dann wieder vor. Genau. Den hat wahrscheinlich John Vervo genauso vergessen wie ihr beide gerade. Oh shit, da war ja was. Gut. Dann bedanke ich mich, dass ihr dabei wart. Und ich bedanke mich natürlich bei euch fürs Zuhören. Wir werden jetzt in den nächsten Wochen auch mal wieder verstärkt dann natürlich über Literatur reden. Gut, wir haben jetzt in den letzten Wochen auch sehr viel über The High Republic geredet. In der nächsten Zeit dann wahrscheinlich auch über Path of Vengeance, den letzten High Republic Roman und alles andere. Am vierten Mal kommen ja auch wieder Visions und die Young Jedi Adventures und alles mögliche. Mal schauen, zu was wir da alles im Podcast machen wollen. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr spielt jetzt alle ganz fleißig Jedi Survivor, was heute rausgekommen ist, wenn der Podcast erscheint. und ansonsten vielen Dank an die Runde, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Ciao!